Die letzte Geschichte der Erde 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 Kontakt aufzunehmen oder was? Ja, bei mir ist auf jeden Fall alles frisch Motion Maker und bei dir Okay, ist das hier postapokalyptisch Und es gibt hier, ich weiß nicht genau, wo wir hier sind Aber sehr viel Winter Nee, das Spiel ist nicht auf der Playstation 5 Motion Maker Das kommt noch Spätestens mit Resident Evil Und wie heißt das? Village Ja, Village, genau Resident Evil 8 Und dann Nee John Milton? Irgendwie zeigt er uns dieses Buch hier Ich kenne den Autoren aber nicht Moin René Prinz Wie geht's dir? Aber cool, dass du mal wieder reinschaust Alles im Eis Verschlossen Leugnen Ich hab das ja schon ein bisschen getestet Boah, jetzt haben wir ja erstmal Ohrenbetäubend und eisiger Wind ausgeschlossen Leugnen, ja Das erinnert mich an etwas Aber ich hab ja schon ein bisschen getestet Hier kommt, passiert jetzt erstmal gleich was Wir sind ja nämlich in stockfinsterer Dunkelheit Und, äh, ja So kann ich wohl nicht weiterlaufen, oder? Hallo Sollen wir mal auf die Idee kommen? Alles bestens Ja, bei mir eigentlich auch Wir bekämpfen Wir bekämpfen die vielleicht wenn du dich stärker bist Winter wird wieder weg Was denkst du? Ja, das ist was ich, ich habe Es gibt keine Art von wissen Wir müssen nur es sagen Day bei day Kann ich dir, wie brav du bist? Well, wenn ich schon Ich kann nicht sagen Ich sage es genug Du denkst, dass ich sehr schwierig bin? Hm? Aber das ist was Being a mom ist all about Being boring Tja, okay. Okay. Also, wer es jetzt hier noch nicht gemerkt hat, ich muss gerade mal was kontrollieren. Nja, alles passiert, ähm, alles okay. Wir spielen einen Jungen. Und wir sind gerade mal zwölf Jahre alt. Und, ähm, ja, wir spielen jemanden, der aus Polen stammt. Wo wir jetzt, jetzt genau sind, weiß ich nicht. Boah, ey, das ist ja, ey, ich hab das doch kurz getestet. Das ist ja so dunkel hier, ey. Ist ja schön, dass wir hier mit diesem Feuerzeug die Dunkelheit vertreiben. Ich kann ja gerade mal einen Schritt, oder sagen wir mal zwei Schritte weiter gucken, ja. Und Motionmaker hat gekotzt wie ein Großer, wollte abends noch WoW zocken. Musste feststellen, dass das Netzteil den Geist aufgegeben hat. Oh. Ah, das ist natürlich schön, wenn man das dann bei der Gelegenheit feststellt, gell? Hm. Ah, das ist hier alles auf Deutsch. Okay. 19. Mai 1960. Also, ich weiß, dass wir jetzt das Jahr 1980 schreiben. Also, es ist wohl 20 Jahre her. Die Moral der Männer sinkt unaufhörlich. Unruhe macht sich unter ihnen breit. Ich vermute, dass sie gemerkt haben, dass selbst ihr Oberleutnant nicht mehr weiß als sie selbst. Unsere Mission behandeln wir mit höchster Geheimhaltung. Aber wir sind die am besten ausgestattete Einheit in der gesamten deutschen Armee. Und doch bleibt uns unsere Bestimmung vorenthalten. Wir sitzen auf einem regelrechten Berg an Gewehren, Mörsern, Granaten, Raketengeschossen, Geigerzählern und anderen Technologien, die bisher noch nicht getestet wurden. Wir verfügen sogar über ein hochmodernes Kommunikationssystem. Dennoch warten wir weiterhin vergebens auf unseren Einsatzbefehl. Wann werden wir endlich wieder unserem Feind im Kampf gegenüberstehen? Buh. Mann, das... Die sind nur am Warten? Okay. Das Warten, das Warten. So. Ich weiß nicht, ob... Das ist ja alles auf Deutsch. Hier haben wir auch einen Aufzug zur Stromversorgung Bereich... Führer... Führer... Bereich... Führer... Führer... Weiß ich nicht. Ich... Weiß nicht. Ich konnte das jetzt nicht entziffern, aber okay. Aber was anderes haben wir hier auch nicht. Aber mit unserer getreuenden... Äh... Getreu... Ja, die haben auch noch so ein Symbol da auf dem... Feuerzeug fällt mir gerade auf. Paradise Lost heißt ja so viel wie das Paradies verloren. Und da ist auch dieses Symbol so ähnlich. So wie er es gerade hält. Wenn man es andersrum hält, könnte man denken, das wäre irgendwie ein Baum. Ich entscheide mich jetzt einmal für eine Richtung... Aber... Das ist keine Beta. Es gab mal eine Demo vor einem halben Jahr, Motion Maker. Das ist jetzt... Äh... Äh... Ne, irgendwie nur den Reichsadler. Also diese Entscheidungen... Sollen irgendwie auch das Spiel beeinflussen. Wir können jetzt hier ehrlich sein... Mit... Oder... Lügen mit... Ach, gar nichts. Und irgendwas ist runtergefallen. Ich denke mal, wir sind ehrlich. Ja, komm. Es ist der Roter, Mom. Es schlug. Ist es broken? Wir können nicht den Generator aus dem. Nicht Angst. Wir sollten einen irgendwoher zu haben. Mom? Wer ist das? Es ist niemand. Niemand. Du verstehst? Mhm. Es ist niemand. 12 Kilo. So, anscheinend haben wir hier... Können wir hier irgendwo drauf drücken, oder was? Laufsteg? Naja... Irgendwie nicht. Aber ich bin nicht immer noch irgendwie auf dem Tippel-Tappel-Ding. Also von hier hinten sind wir ja gekommen. Aber hier gibt es irgendwie den Weg nach rechts und da hinten leuchtet auch irgendwas. Wir sehen ja, es ist einfach viel zu dunkel hier für uns, finde ich. Kann man kaum was erkennen hier. Aber wir zeigen hier Mut, gell? Wir zeigen Mut! Naja, also... Naja, ich bin ja... Bin mal gespannt, wenn wirklich mal rauskommt, was hier eigentlich los ist. Aber wir sind hier alleine unterwegs, gell? Wir sind ganz alleine. Irgendwie hat uns doch am Anfang gezeigt, wie wir so alleine... Ich bin mir ziemlich sicher, wie wir alleine durch diese Winterlandschaft stiefeln, gell? Ja, und das sind alles Rückblenden an unsere Mutter. Okay, was soll ich hier machen? Ach, wir müssten... Wir mussten jetzt springen, um die Stromversorgung, die da oben steht, zu aktivieren. Und warum geht jetzt hier so ein Alarm an? Und dann so ein rotes Licht? Sind das da unten Züge? Und hier sieht auch noch was. Was? Warnsignal. Warnsignal. Angängig. Widerrufen. Auswählen. Was? Ich kann nur den einen drücken. Widerrufen. Angängig. Ja, dann geh hoch und dann... Ne, wieder runter. Okay. Ne, den machen wir jetzt aus. Und kein Warnsignal die ganze Zeit, äh. Hm, das Ding funktioniert anscheinend nicht. Aber ich sehe schon, dass wir einen guten Blick dafür haben, was es sich lohnt genauer anzugucken, gell? Zum Beispiel, was ist denn das hier? Oh, dann werfen wir mal einen Blick. Hallo, Toofame. Hm. Da haben wir mal einen Blick. Es geht ja auch ziemlich weit nach unten. Wir sind ja schon einige Treppen nach unten gestiegen und hier geht es immer weiter runter. Wie nennt man das hier? Und wenn man immer tiefer geht, dann befindet man sich doch in einem Permafrost-Bereich. Das heißt, äh... Keine Ahnung, was für Temperatur wir hier haben, aber... Ich denke mal, hier ist es einfach nur kalt. Einfach nur kalt hier. So. So, jetzt erstmal hier. Aber hier müssen wir nicht springen. Jetzt geht es erstmal nach unten. Aber gut, dass wir den Alarm ausgeschaltet haben. So, ich denke mal, wir haben jetzt hier die tiefste Ebene erreicht. Gucken hier. Hm. Hier geht es anscheinend nicht weiter. Aber hier wollen wir uns was anschauen. Das Foto, was wir haben, das ist doch das Foto, wo es hieß, das ist niemand. Aber da steht irgendwie eine 04. Ach, dieses Symbol gehört zum Reichsadler oder was? Gesellschaft? Ja, das ist ja nicht unbedingt die Realität hier, gell? Was ist denn das, Gesellschaft? Da, dieses Symbol da. Das haben wir auch auf unserem Feuerzeug. Oh, ich kann mich auch einen Tick schneller... Jetzt gehen wir erstmal hier runter. Aber wir müssen sogar runterspringen. Ähm, ja. Also, da kommen wir jetzt erstmal nicht hoch, weil die Treppe hier ist irgendwie eingeschaltet. Es gibt nur einen Weg voran, ey. Also, wenn ich mich hier in die... In die Lage... Von, äh, von dem Jungen hier hinein versetze, hier... Ich meine, wir... Erst laufen wir so ganz alleine durch die Schneelandschaft und jetzt hüpfen wir alleine durch einen verlassenen Bunker. Und hier gibt's Züge. Okay. Hier gibt's aber nix zu sehen. Da auch nix. Auch nix. Ah, hier. Das ist da nichts uninteressant. Krakauer Beobachter. Endlich... Wie kann man sich... Kann er das nicht... Das kann man aber gar kaum lesen, oder was? Nicht so wie die anderen Sachen. Mh... Anscheinend nicht. Mh... Endlich geborgen. Das Altarbild von Weid Stoss krönt nun die Hauptstadt des Generalsgouvernement. 18. April 1960. Naja, so lässt sich kaum inziffern, gell, die Schrift eher. Also gut. Der Junge... hat sich dafür entschieden, dass wir das nicht lesen. Von mir aus. Ich lass mich hier ganz leiten. Aha. Oh, da ist ein Koffer. Naja, einmal öffnen. Und das sieht doch anders aus, oder wie? Das können wir uns jetzt mal angucken. Ja. Meine liebste Großmutter. Du wirst nicht glauben, wer mit mir im Zug sitzt. Greta Müller. Gerade noch hast du mir ihre Platten vorgespielt. Sie ist so elegant. Ich wünschte, ich könnte mit ihr sprechen. Doch sie hat ihr eigenes Abteil und niemand darf dort hinein. Hier sitzt auch eine der Zeichner von der Zeitung, die du immer liest. Er hat sogar ein Bild des Führers für mich gemalt. Göring hingegen hat er etwas schlanker gezeichnet, als er eigentlich ist. Es ist eine Ehre, mit diesen talentierten Berühmtheiten in einem Zug sitzen zu dürfen. Es tut mir so leid, dass ich dir nicht lebwohl sagen konnte. Sie kamen, als du fort warst, und waren so ungeduldig und ungehobelt. Ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Doch zumindest versprachen sie mir, dir diesen Abschiedsbrief zukommen zu lassen. Ich hoffe, er wird dich erreichen. In Liebe, deine Adela. Ein Brief an unsere Großmutter. Also er hat auf jeden Fall nicht sein Ziel erreicht. Und mit Berühmtheiten in einem Zug. Das ist ja interessant hier. Das, was wir da genommen haben, ist ja dann nicht unbedingt der Eingang zu diesen. Wir haben hier Züge, gell. Die bringen einen nicht irgendwo unbedingt hin. Sondern die sind hier. Hier haben sie ihr Ziel erreicht, in diesem Bunker oder was. Aber hier ist doch eigentlich nicht viel. Das soll ja schon sein, gell. Ich mein, wir lassen uns hiervon nicht beirren. Sollen wir nach rechts gehen? Also links schien ja irgendwie da, wo die Züge herkamen. Ich würde mal sagen, dass wir hier mal kurz einen Rechtsumblick werfen in diesen Zug voller Berühmtheiten. Ist das so eine Art Evakuierungszug hier oder was? Die waren so ungeduldig. Warum? Warum waren die so ungeduldig? An alle Kolonisten. Es gilt die Anweisung, dass nur ein Gepäckstück pro Person in der Gesellschaft akzeptiert wird. Sämtliche weiteren persönlichen Besitztümer werden bei ihrer Ankunft entsorgt. Das Rasse- und Siedlungshauptmann der SS, Ruscha, wird dafür Sorge tragen, dass diese Regelungen eingehalten werden. Mensch. Das sind aber harte Regeln hier. Vor allem in dem Tonfall auch noch. Ein Gepäckstück pro Person. Da hat man den ganzen Zug voll gemacht. Und äh... Was ist das? Hab ich ja beim Herkommen gar nicht gesehen hier. Warte mal. Komm, guck dir das mal an. Ja, jetzt. Das ist doch... Was willst du dir da angucken? Ach, der kann so drehen, so rechts, links, so ein bisschen. Okay. Ach vorn... Okay, ja gut, aber... Äh... Tja, ich denke mal... Der findet das jetzt auch nicht weiter interessant. Also ich bin ja jetzt auch kein Achievement-Hunter. Weil ich finde, dadurch kommt das eher alles so ein Stocken, der natürliche Erzählfluss oder wie man das nennen möchte. Also gehen wir jetzt einfach ins nächste Abteil. Mir geht's eher darum, dass man die Geschichte auch wirklich erfährt. Äh... Und hier wieder so ein Koffer, ey. Äh... Aber ich krieg den Koffer nicht hin. Doch jetzt. Ich bin weg. Du hörst mich? Du hörst mich? Du hörst mich? Du hörst mich nicht? Du wirst mich nicht stoppen. Ich will nicht spenden meine ganze Leben hier. Maman? Maman, bist du okay? Maman. Maman. Maman? Wie jetzt? Ist das unser Koffer? Ist unsere Mutter jetzt eingeschlafen ohne aufzuwachen? Ich mein, wir sind hier alleine, gell? Was haben wir denn da für einen Brief? Das nächste Mal sollte ich vorher daran denken, einen Zugfahrschein von jemandem zu kaufen, der mir zumindest ein wenig ähnlich sieht. Wir ähneln uns überhaupt nicht, ganz zu schweigen von der Fotografie im Reisepass. Leider Gottes waren sie die einzige Person in ganz Bayern, der die Ehre zuteil wurde, einen solchen Fahrschein zu erhalten. Löl? Löl? In ganz Bayern hat genau eine Person einen Fahrschein bekommen für diesen Zug und wir haben den abgekauft. Mhm. Okay. Die haben mich getauscht, weil uns, die, diese, die, derjenige den Brief verfasst hat, meinte halt, seine weltlichen Besitztümer sind in, in den Besitz von Herrn Bachruber übergegangen. Okay. Tja, da hat nicht jeder mit diesem Zug hier fahren können, ne? Fahren dürfen. Wir hauen jetzt hier ab. Da ist nix. Okay, hier die, die können wir hoch. Sind wir ja gleich am anderen Ende. Na, irgendwie schon. Okay, da ist irgend so ein Hebel. Bevor wir den Hebel betätigen, sollte man aber... Nur mal hier gucken, was hier so rumliegt, gell. Viele Briefe irgendwie. Lieber Leopold, viele Male betete ich, bitte Gott, lass mich wegsehen, lass mich für das erblinden, was so klar erkennbar ist. Ich bin nichts als ein einfacher Schlosser, der nur tut, was man ihm sagt. Doch tief in meinem Herzen wusste ich, dass der Tag käme, an dem ich mich für mein Schweigen verantworten müsste. Noch viel mehr schmerzt mich jedoch die Tatsache, dass nun, da dieser Tag gekommen ist, du derjenige bist, der die Konsequenzen tragen muss. Nicht ich. Heute verliere ich einen Freund. Und ich muss mich fragen, ob es eine andere Möglichkeit gegeben hätte. Vielleicht, wenn ich den Mut gehabt hätte, meine Befehle in Frage zu stellen. Hätte ahnen können, dass dies unsere letzte Reise zusammen sein würde. Ich grüße dich, mein alter Freund. Es tut mir wahrlich leid, dass es so enden muss. Ich hab keine Ahnung, was der damit meint. Aber ich will grad mal was testen, wenn ich den Brief wieder in die Hand nehme. Nee, nee, okay. Nee, doch nicht. Warte mal, das ist irgendwie... Ist da irgendwie auch die andere Seite da? Will ich mich umdrehen? Es gibt anscheinend nichts auf der anderen Seite. Diese Briefe... Hier ist ein Schalter? Und hier, oder was? Oh ja. Oh ja. Der funktioniert aber gar nicht. Funktioniert der ja erst mit dem anderen? Ja, das hat sich jetzt auf jeden Fall bewegt. Wahrscheinlich nur irgendwie da raus. Vielleicht sollten wir jetzt mal dem anderen Schalter einen Versuch geben. Nee, möchte er nicht. Hier gibt es keinen zweiten Versuch. Wir hören es hier einfach dünn. Aber wenn... Ist das... Ist das unser Koffer gewesen? Mit der Rückblende an seine Mutter? Das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Leopold. Ich hatte noch einen Brief, der an Leopold irgendwie gerichtet war, gell. Scheiße. Oh. Scheiße. Scheiße. Können wir nicht so viel rennen. Kommen wir außer Bruste. Ich glaube, das Ding läuft jetzt irgendwie. Jetzt ist irgendwie auch der Kletscher hier weggebrochen. Fach. Das geht ja noch viel weiter runter. Wenn wir das jetzt in Gang setzen, das kann ja nur nach unten. Hattest du ja was getan? Leute, das geht ja... So schräg nach vorne runter. Leugnen hieß es am Anfang. Kapitel 1. Leugnen. Das erinnert mich daran, dass die Fähigkeit, etwas zu leugnen, also wirklich wahrhaftig, dass das quasi aus der Wahrnehmung oder aus den Gedanken irgendwie verbannt wird durch Leugnen, dass das irgendwie die größte Kraft wäre des menschlichen Geistes. Weil das nämlich auch anders ausgedrückt werden kann. Man kann es da ja auch ausblenden nennen oder sich konzentrieren oder sich fokussieren und das Unwichtige weglassen. Und das erlaubt einen dann, sich da weiterzumachen, wo man theoretisch sonst nicht weitermachen könnte. Ich habe da mal so eine Dokumentation gesehen. Das fand ich sehr interessant hier. Ich glaube, wir können hier unter diesen Zug hier oder was... Ah, einmal hier unten drunter. Zum Glück haben wir hier ein bisschen Licht. Obwohl wir ja noch viel weiter unter der Erde sind. Okay. Und hier ist noch viel mehr Eis. Ah, wir können hier rechts weiter. Ich denke mal, das machen wir auch. Rechts rein. Versuchen wir jetzt einfach zu öffnen, weil wir sonst hier nicht raus können. Hier ist es wieder ziemlich dunkel. Jetzt versuchen wir mal diese Tür hier zu öffnen. Was ist denn das? Was ist das hier? Das ist aber jetzt kein Audio-Gerät, oder? Hm, irgendwie? Versuchen wir jetzt, das hier zu öffnen. Das habe ich ja bei einem anderen vermutet. Was haben wir denn, eine Gasmaske? Wieso haben wir hier auf einmal so eine Art Himmel? Hä? Sag mal, wo bin ich denn hier? Haben wir nicht hier? Wir waren doch eben noch im Zug. Komisch. Ist das nur... Ist das nur Erinnerung? Wie sieht es aus? Ist alles nur vereist. Ist alles zugefroren. Da können wir hoch. Anscheinend geht es uns auch nicht so gut. Ich kann nämlich nicht springen oder so. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir schon vielleicht längere Zeit nichts gegessen haben, gell? Ja, irgendeine Erklärung muss dafür geben. Abenteuer? Ein neues Abenteuer. Jetzt haben wir die Gesellschaft 0-0 verlassen. Und sind bei der Gesellschaft 0-1. Warte mal, das ist auch ein bisschen tricky hier. Naja, da müssen wir aber noch weitergehen, bis wir bei 0-4 sind. Das, was haben die denn hier unten gebaut? Kommen wir mir vor, als wären wir hier am Eingang von so einem riesigen Hotel. Weil... Das hier ist offen und das ist die Drehtür. Dann sollten wir erstmal hier schauen. Obwohl, hier ist nix. Ach, da hinten geht's... Tja, jetzt bin ich natürlich ein bisschen überfragt. Jetzt will ich erstmal die Drehtür ausprobieren. Sieh, hier ist die eingeklemmt. Geht nicht, gell? Ach, Löl, ey. Vielleicht kommen wir dann... Da hinten gab's ja auch noch irgendwie einen Weg. Vielleicht kommen wir da noch hin. Oder es gehört zu dem, dass man noch verschiedene Wege gehen kann, gell? Edelweiß. So wie ein Samen wachsen auch wir unter der Erde. Wir gedeihen im fruchtbarsten Boden. Wir sprießen hervor und erblühen im schönen Sommer. Gleich ein Edelweiß im Juli. Ein zierliches Edelweiß. Mein kleines Edelweiß. Wunderschön edel und weiß. Tja, okay. Okay. Das ist aber auch sonst was anderes. Ah, das ist natürlich so ein Ding, gell? Wir hätten auch einen anderen Weg nehmen können, aber... Ich kann jetzt auch nicht mehr zurück. Das finde ich aber mies. Das finde ich ganz schön mies, muss ich sagen. Hm. Ich hätte vielleicht den nicht ganz offensichtlichen Weg zuerst gehen sollen. Auf der anderen Seite hätte es ja auch sein können, dass man einfach den Weg geht und merkt, okay, das klemmt. Okay, hier ist nichts. Was steht denn da eigentlich da? Berlin. Vergiss Berlin nicht. Okay, dann haben wir hier was auf dem... Was steht denn hier? Ticketschalter. Partisan. Partisan. Gleich Gefahr. Einzelfahrzeuge. Halt. Durchgeführt nur von zwei Fahrzeugen aufwärts. Ähm. Waffenbereithalten. General. Der kommandierende General. Das ist hier einfach nur eingestürzt. Ah, da hinten ist wieder so ein Koffer. Irgendwie finden wir ja Koffer besonders interessant, gell? Was ist das? Einmal links, einmal rechts. Was? Das haben wir jetzt irgendwie mitgenommen? Das haben wir jetzt mitgenommen, aber wie kann ich mir das angucken? Äh, ich hab hier... Ich hab hier keine... Wird wahrscheinlich noch kommen, äh... Einladung schreiben. Geehrte Ilse Schmidt, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Sie dank Ihrer außergewöhnlichen Leistungen im Bereich der Mutterschaft eingeladen wurden, der Gesellschaft beizutreten. Sie werden gemeinsam mit anderen Trägerinnen des Ehrenkreuzes der Deutschen Mutter, anerkannt vom Bund Deutscher Mädel, der Gesellschaft am 19. Mai 1960 planmäßig beitreten. Bitte führen Sie Ihren Ausweis mit sich, da dieser Brief allein keine gültige Eintrittsberechtigung darstellt. Beachten Sie außerdem die offizielle Packliste des Rasse- und Siedlungshauptamtes der SS. Ha, Einladung schreiben der Ilse. Wie kann ich denn hier eigentlich auf mein Inventar zugreifen? Ich hab da jetzt irgendwas mitgenommen? Das Spiel sieht interessant aus, to fame. Ja, bisher macht es auf jeden Fall einen interessanten Eindruck. Es wird ja auch noch teilweise mysteriös, aber ich hab ja irgendwie jetzt irgendwas eingesteckt. Irgend so einen Zettel. Kann aber nicht genau sagen, was abgeht. Bevor ich jetzt weiter in die Richtung gehe, gehe ich vielleicht mal in diesen Ticketschalter. Ich hab ja jetzt ein Ticket irgendwie. Hab ich ein Ticket? Von dem Koffer? Hier ist der Koffer offen. Ich geh mal hier rein. Ich geh mal hier rechts hier hinten. Das ist nix. Oh, hier ist irgendwas. Was? Wir stempeln uns das Ding? Das ist eigentlich ein Ticket? Und wir haben... Wir stempeln uns den jetzt ab. Tja. Also der Junge hier ist auf jeden Fall nicht vieler Worte, gell? Anweisungen zur Aufnahme. Um in der Gesellschaft aufgenommen werden zu können, folgen Sie bitte den folgenden Anweisungen. Halten Sie Ihren Ausweis bereit. Stellen Sie sich nacheinander in einer Reihe vor dem Fenster auf. Händigen Sie dem Beamten Ihren Ausweis aus, damit dieser Ihren Ausweis stempeln kann. Nehmen Sie Ihren gestempelten Ausweis wieder an sich und begeben Sie sich ruhig und geordnet zum Eingang. Lassen Sie Ihren gestempelten Ausweis beim Eingang am Bedienfeld erfassen. Ihr gestempelter Ausweis ist Ihre Eintrittsberechtigung in die Gesellschaft. Tja. Ja, in dem Moment hat sich das hier auch geklärt. Wir haben rein intuitiv, haben wir uns das schon abstempeln lassen. Und quasi unsere Eintrittsberechtigung ist damit erfolgt. Nachdem wir einen Blick in diesen Koffer hier geworfen haben. Mhm. Dann gibt's auch noch was. Das wär jetzt ein anderes Ticket. Da wir aber ganz alleine sind, juckt uns das jetzt nicht. Okay, Packliste. Ein Gepäckstück pro Person. Ausweis. Haben wir Volkshandbuch, Zahnbürste, Stück Seife. Haben wir nicht. Eine Hose. Eine mit Seil als Gürtel. Weißes oder blaues Hemd. Ja. Jacke. Haben wir keine. Unterwäsche. Zwei Sätze. Socken. Zwei Paar. Ein persönlicher Gegenstand. Füllfederhalter. Nicht größer als 10x10x7,5. Muss im Ankunftstraum auf Ebene 01 des Bunkers gestempelt werden. Den Ausweis. Sind das Ausweise? Nicht erlaubt in der Gesellschaft sind Nahrungsmittel. Einschließlich Brot, Kuchen, Gebäck, Schokolade oder Konfekt, Bienenwachs, Tiere, Medikamente und andere Substanzen. Pflanzlich. Einschließlich Blumen oder Saatgut, Waffen, versteckte Klingen, Messer, Dolche. Und so weiter. Das ist hier alles nicht erlaubt. Ich glaube, wir haben auch sowas nicht dabei, oder? Wir wissen ja sowieso, das müssen wir uns nur mit unserem super Ausweis jetzt hier erfassen lassen. Hier gibt es auch noch was. Regeln und Vorschriften für Kolonisten. Auf die Gesundheit achten. Körperliche Ertüchtigung, kein Genuss von Tabak oder Alkohol. Regelmäßige ärztliche Untersuchungen. Die Beamten über sämtliche Regelwidrigkeiten, Versuche der Wehrkraftzersetzung, sowie über verdächtige Verhaltensweisen anderer Kolonisten informieren. Dem Kommandanten Vorschläge zur Verbesserung der Kolonie melden. Siebtens, sich innerhalb der freigegebenen Bereiche aufhalten, die insgesamt 90% der kolonisierten Fläche ausmachen. Also 90% sind freigegebene Bereiche. Betreten der Sperrgebiete ohne Erlaubnis wird mit dem Tod bestraft. Sehr interessant. Soll da irgendwas versteckt werden? Willkommen, endloser Wohnraum. So wollen sie hier, äh, endloser Wohnraum. Okay, jetzt können wir hier rein. Hier fängt das Ganze erst an. Naja, erstmal rein damit, benutzt man einen Ausweis. Tja, ich denke mal, irgendwie gehen wir einen Weg, gell? Ja, wie nennt man das? Einwegticket. Es geht nicht mehr zurück. Da fragt man sich ja dazu, ob man sich... Die Leute, die hier ankommen, haben ja eigentlich alle ihren Ausweis? Sind hier eingeladen worden und wird hier einfach nur gestempelt? Ob das hier eher wie so ein Gefängnis am Ende ist, wenn man nicht raus kann einfach, oder? Na gut, was sind wir da draußen? An alle Beamten des Ruscha. Ich bin erbost. Man hat mich während eines Angriffs auf den Feind von der Front abgezogen, damit ich mich unter der Erde verstecke wie ein Feigling. Ich sollte einzig und allein dem Schutz einiger hochrangiger Würdenträger dienen, die eventuell in diesen Bunker eintreffen. Ich hatte diesen Angriff bereits seit Wochen geplant und man versagte mir, seinen Erfolg zu gewährleisten. Man sagte mir, schon bald wird es keine Front mehr geben. Und? Sie sollten dies als Ehre betrachten. Welch Dreistigkeit. Ich beantrage mit sofortiger Wirkung eine Rückversetzung auf meinen früheren Posten. Heil dem Führer, Oberleutnant Hugo Dietrich. Während eines Angriffs auf den Feind von der Front abgezogen. Und der wollte sich zurückversetzen lassen, aber ich denke mal, das ging nicht nach vorne los. Beziehungsweise nicht von hier weg und hier ist einfach nur Dunkelheit. Ne, da hätten wir das ja auch schon. Wenn man hier angekommen ist, dann war es das, gell? Ja, die das am Ende vielleicht ausgesucht haben, wer hier alles, äh, dieser Gesellschaft beitreten darf. Wie denn auch sei. Aber hier sind wir. Habe ich mir das eigentlich angeguckt? Da bin ich ja dran vorbeigestiefelt. Hm. Ach ne. Willkommen. An alle Neuzugänge. Willkommen in der Gesellschaft. Sie befinden sich im Ankunftsraum. Der höhere Luftdruck könnte zu leichten Unwohlsein führen, seien sie deshalb nicht besorgt. Ihr Körper wird sich innerhalb kürzester Zeit an die neue Umgebung gewöhnt haben. Der Aufenthalt in der Gesellschaft garantiert ihnen Sicherheit, Fortschritt sowie Schutz vor jeglichen Gewaltverbrechen. Sie wurden vom Rasse- und Siedlungshauptamt ausgewählt, um das Tausendjährige Reich fortzuführen. Fern von den schädlichen Einflüssen der Außenwelt. Hier werden die Leiden der körperlich und seelisch Schwachen nicht an kommende Generationen weitergegeben. Was bedeutet das? Wir befinden uns tief unter der Erde, denn eins haben wir aus der Geschichte gelernt. Abgeschiedenheit schafft zweifelslos die besten Voraussetzungen für starke Gesellschaften. Die wollen eine neue Gesellschaft hier gründen? Neues Volk? Aber wie werden die Leiden der körperlich und seelisch Schwachen nicht an die kommenden Generationen weitergegeben? Quasi, weil man die zurückgelassen hat, oder was? Ich hab ja das hier, dieses Schreiben, hab ich von der anderen Seite gar nicht gesehen. Die sind hier durchgekommen. Und ich bin ja dann hier rüber. Und von dieser Seite aus konnte ich das nicht sehen. Da muss ich auf der anderen Seite vom Tisch stehen, gell? Ja, gut, dass ich da mal einen Blick hingeworfen hab. Aber hier ist es einfach nur wieder total dunkel, ja. Hier ist einfach gar nichts. Ich denke mal, wir können jetzt auch... Hier ist es auch abgesperrt. Wie gesagt, wir sind ziemlich geschwächt. Das geht hier alles automatisch auf. Aber hier hinten wäre theoretisch noch eine Ecke, wo wir das hier finden können. Eine Modezeitung. Tja, okay. Äh, ja. Was? Die nennen es sogar Eden? Das Paradies? In Eden-Lebensraum. Oh ja, hier gibt's ja auch feinste Getränke anscheinend. Und Musik. Hier mit diesem Grammophon. Egal, uns bleibt dann kein anderer Weg übrig. Und wir werden sogar eingeladen von diesem Aufzug. Ist ja auch die Darstellung von dem Baum. Ja. Wo gibt's denn hier eigentlich? Aufzug im Brandfall nicht benutzen? Auf welcher Ebene sind wir denn jetzt? Wir müssen hier eigentlich theoretisch ganz oben sein. Und der... Der drückt einfach auf 04. Der will so tief, wie es nur geht, runter? Nee, nichts geht. Vier geht nicht. Und wir sind eingesperrt. Eins, zwei und drei geht auch nicht. Zweites Kapitel. Zorn. Also das erste war Leugnen. Jetzt sind wir bei Zorn. Hier sind wir irgendwo mal angekommen. Also irgendwo sind wir angekommen. Wir wissen zwar nicht unbedingt auf welcher Ebene. Wir sind eingeschlafen und hier aufgewacht. Okay. Ich denke mal... Hier erinnert mich auch... Das zweite Kapitel erinnert mich an etwas. Ich denke mal, das ist auch kein nicht wirklichen Spoiler. Also viel mehr Informationen habe ich eigentlich auch nicht. Aber diese Kapitel, die wir erleben... ...sind irgendwie diese fünf Phasen... ...der Trauer. Leugnen ist die erste Phase. Ist nicht schon in der zweiten Gesellschaft, oder was? Naja, ja, ist klar. Also nach links wird es zur Wehrthalle. Wehrmachtsabteilung. Verwaltung. Wir gehen aber in die Richtung zum Ausstellungsraum. Arbeitsraum und Rezeption. Rezeption. Und die fünf Phasen der Trauer. Die erste Phase ist Leugnen. Die zweite ist sowas wie Wut oder Zorn. Hm, ich gehe mal jetzt mal hier links rein, oder? Das ist die Rezeption, oder wie? Richtlinien für Operation Untertauchen. Nur für den Führer bestimmt. Berlin 1949. Oh, diese... Das ist ja dann etwas, was elf Jahre alt ist. Weil wir sind ja jetzt... Wir lesen ja Sachen aus dem Jahr 1960. Da die UdSSR uns noch immer feindlich gegenübersteht... ...und niemand mit Gewissheit sagen kann... ...wie lange die USA ihre Neutralität wahren wären... ...müssen unsere Prioritäten darin liegen. A. Die Produktion von Atomwaffen stark erhöhen. B. Eine Methode zu entwickeln, besagte Waffen über große Entfernungen hinweg einsetzen zu können. Sollten wir bei einem dieser Punkte und somit bei der Vernichtung unserer Feinde versagen, müssen wir uns auf Plan B vorbereiten. Dieser lautet, den Feind vorübergehend mit allen verfügbaren Atomwaffen kampfunfähig zu machen, dem Volk Schutz zu gewähren und es auf den letzten Kampf vorzubereiten. Die Kernelemente sind wie folgt. 1. Die Arbeit ein Programm, Quelle der Intelligenz, so schnell wie möglich zu Ende führen. 2. Ein Netzwerk strahlend sicherer Bunker errichten, um Bewohnern mindestens 15 Jahre Schutz zu bieten. 3. Eine taktische Atomwaffe entwickeln. 4. Pläne zur Evakuierung der wichtigsten Teile der Gesellschaft vorbereiten. 5. Sobald der Feind in das Reich vordringt, sollen eben diese Bürger die Bunker beziehen. 6. Der Feind soll mit allen verfügbaren Atomwaffen angegriffen werden, wodurch er vorübergehend kampfunfähig gemacht und die Umgebung durch die Strahlung gesichert wird. 7. Aufbau einer militärischen Gesellschaft in den Bunkern, um hochmoderne Waffen zu entwickeln und zu produzieren. 8. Rückkehr an die Oberfläche, um den Feind ein für allemal zu besiegen. 7. Das nennt sich hier Untertauchen. Okay. Erscheint genau, befinden wir uns genau hier, oder was? Hier, das Untertauchen. 15 Jahre. Wo sind denn hier? Ist doch niemand hier. Ich drück da drauf, oder was? Da blinkt es und die Tür geht auf. Mhm. Also hier ist die Rezeption. Wir haben uns jetzt quasi angemeldet. Bei der Rezeption und dann auch den Schalter direkt gedrückt. Was steht da hinten? Strebt schon in jungen Jahren nach wahrer Größe. Da oben ist irgendwie eine Kamera. An Oberst Hugo Neubauer. Okkw-Leiter der Truppenausbildung. Werter Oberst. Soeben habe ich die vorgeschlagenen Ausbildungsrichtlinien für das Programm Nationalgarde des Dritten Reichs erhalten. Das dafür entwickelt wurde, Kinder auf die Einberufung in die Volkswache vorzubereiten. Der Verfasser ist ein gewisser Herr, Major Kors Kuschik. Ich zweifle ernst daran, dass Major Kuschik jemals einem Kind begegnet ist. Ansonsten kann ich mir nicht erklären, warum er Gewehre mit Kugeln zu beladen, als Übung zur Koordination vorschlüge. Hä? Okay. Und das bei einem Programm für Fünfjährige. Oh, die fangen aber früh an. Ich fordere nachdrücklich dazu auf, dass sie dieses Programm ablehnen und mit der Unterstützung von Entwicklungsphysiologen ein neues erarbeiten. So erhalten sie einen fachlich fundierten Einblick in die mentalen und motorischen Fähigkeiten von Kindern verschiedener Entwicklungsstufen. Im Gegensatz zu Major Kuschik verfügen diese Fachärzte über ausreichend Kenntnisse im Bereich der angewandten Pädagogik. Heil dem Führer. Hannelore Weiß, Leiterin der Methodikabteilung der Nationalsozialistischen Lehrervereinigung. Hm. Die haben also angefangen, Fünfjährige im Gebrauch geladener Waffen ausbilden zu wollen. Und ich weiß nicht, was das hier mit zu tun hat. Hm. Wollte er sich das jetzt hier genauer angucken. Ich komme da eh nicht hoch. Ach, das leuchtet einfach auf. Das ist wie dieser Lichtring. Der Lichtring, ja. Damit solche Kameras auch funktionieren, wenn es dunkel wird. Und kein anderes Licht angeschaltet ist. Ist auch so, sieht auch so typisch aus. Was haben wir denn hier? Ja. Schauen wir uns das hier mal an. Ein weiterer Tag in der Hölle. Und der hat seinen Arbeitsplatz gezeichnet. Ich meine, wenn man hier so jeden Tag für längere Zeit verbringt. Was sind denn das hier für Zeichnungen? Von diesem Komplex hier, oder was? Ne, das sind die Atom... Paketen, oder wie? Was ist das hier? Okay. Transkript eines aufgenommenen Gesprächs zwischen Oberdienstleiter Max Pfeiffer und Günter Ludwig, dem Direktor des GG-Kommissariats, Abschnitt Krakau. Okay, Max Pfeiffer. Was in drei Teufels Namen geht bei Ihnen vor sich? Ich habe immer noch keinen Dinkel. Wenn Sie glauben, dass ich bis zur Ernte warte, dann lassen Sie mich das augenblicklich klarstellen. Das werde ich nicht. Auf einmal haben alle ihren Verstand wegen diesen verdammten Getreides verloren. Dinkel? 30 Male am Tag rufen sie aus dem Vaterland an, aus den böhmischen und märischen Schutzgebieten, ja, selbst aus Frankreich. Allesamt reden sie nur noch von diesem elenden Weizen. Jahrhundertelang haben es ganze Generationen ohne dieses Zeug Dinkel geschafft. Da hat sich auch keiner beschwert. Ich beschwere mich aber. Ich habe den Befehl, sicherzustellen, dass die Lieferung abgeschlossen wird. Ich kann es mir auch nicht einfach aus den Rippen schneiden. Denken Sie, ich hätte nicht schon überall nach Reserven gesucht? Schreiben Sie eine Beschwerde an das Ministerium für Landwirtschaft. Ja, okay. Wer sein Dinkelbrot will oder Dinkelnudeln will oder was? So ein Dinkelfan. Ja, aber hier werden ja Dinkelfans überall oder wie? Selbst aus Frankreich hat er ja gemeint. Okay, das sieht irgendwie aus, auch wie eine Rakete oder so. Keine Ahnung, du. Boah, hier gibt es aber einen riesigen Monitor irgendwie. Gibt es hier was auf dem Tisch für uns? Fuck. Fuck, die Tür hinter uns ist zu. Da oben hat es uns eine Kamera erkannt, jetzt ist es zu. Wir haben den Sicherheitsbereich, wo wir uns ja eben noch kurz im, äh, auf dem Monitor erblicken können. Was denn du? Was ist das? Was ist das? Ich kann da jetzt nicht viel, viel da erkennen, ehrlich gesagt. Da steht wieder Gesellschaft 02. Dankesrede von Professor Kurt Hartmann zum Anlass der Preisverleihung im Rahmen des 25. Jubiläums des Dritten Reichs am 30.01.1953. Also das muss ja ungefähr sieben Jahre halt, äh, Jahre her sein, diese Dankesrede. Mit wirklich außerordentlichem Erfolg haben wir einen Universalrechner entwickelt, dessen Leistung mindestens 50.000 Mal höher ist als die des ENIAC der Amerikaner. Seine Bauweise setzt hochmoderne Technologien der neuronalen Kommunikation im Hippocampus ein, die durch schwache elektrische Impulse und durch die Aktivierung von normalerweise nicht genutzten Arealen des Gehirns aufrechterhalten wird. Durch die Berdinoberfläche kann dieser Rechner gleichzeitig Informationen verarbeiten und speichern, während er diese für weitere Prozesse zur Verfügung stellt. Wir gehen von einem Betriebszeitraum von ungefähr vier Jahren aus. Danach wird die Rechenleistung abnehmen und kann unter Umständen die Stabilität des Systems gefährden. Was jetzt eine Dankesrede im Rahmen des 25. Jubiläums des Dritten Reichs. Wir haben einen Universalrechner, einen supergeilen Computer entwickelt, der viel, viel leistungsfähiger ist. Okay, aber... Dinkel sieht nicht in mir aus wie eine Bäckerei. Ich habe auch keine Ahnung. Es geht hier allen... Motion Baker. Ich habe ja schon Screenshots gesehen, wie das hier teilweise im Bunker abgeht. Das ist... Ich frage mich echt, wie das hier weitergehen soll, gell? Ich verrate es jetzt nicht, weil ich auf den Screenshots erkenne, weil manche Leute wollen sich halt gar nicht spoilern lassen. Was ich auch komplett in Ordnung finde, das kann ja jeder so für sich entscheiden, wie er will. Auch die Art und Weise, wie jemand spielt, unterscheidet sich ja sehr stark. Wir haben auch einen fetten Reichsadler. Manche Leute gehen durch das Spiel, gucken einfach nur ein bisschen rum, einfach nur durch. Andere gucken sich jede Ecke an, um bloß nichts zu übersehen. Aber das finde ich dann teilweise einfach ein bisschen zu stockend und langsam und... Was haben wir denn hier? Sind wir zerbrochen? Okay, da stecken wir uns jetzt wieder ein. Nee, da stecken wir uns nicht ein. Guck dir das doch mal an. Irgendwie dreht er das nur so. Aber er steckt es nicht ein. Ja, das sind irgendwelche Abzeichen, gell? Die meisten Abzeichen da sind eigentlich die, die immer an die Brust... sich knallt. Das ist jetzt hier so ein Buch? Ey, jetzt wird es aber langsam ein bisschen tricky. Nee, also mehr. Da dreht es immer nur so ein bisschen nach links und rechts. Und so. Aufschlagen möchte er das irgendwie auch nicht. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen komisch, finde ich, ey. Naja. Das ist seine Entscheidung, gell? Du meinst, die Atmos... Atmosphäre ist sehr gelungen? Ey, guck mal, das sieht doch aus wie eine Waffe hier. Hä? Guck mal, das sieht doch so aus, als würde da irgendwas da vorne rausschießen, oder? Aber hier steht auch irgendwas. Raketentriebwerk... Raketentriebwerk... Ein... Zu Dresen... Hanf... Modell... Präsentationsmodell... Also ich bin anscheinend nicht so gut darin, diese Schriftzeichen zu erkennen. Das Ganze wird nämlich, äh... Teilweise sehr mysteriös, gell? Was haben wir denn hier? Können wir mal ne Ansage machen? Was mach ich? Hallo? Ich brauche Hilfe? Ich weiß, dass du da irgendwo bist? Und diese Entscheidungen sollen irgendwas beeinflussen? Sind wir... Sind wir irgendwie selbstbewusst? Hallo wäre so neutral. Arkt würde ja bedeuten, dass wir irgendwie ein bisschen ärgerlich drauf sind. Also nicht... Ich brauche Hilfe wäre quasi, dass wir so ein bisschen verzweifelt und schwach erscheinen. Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Klingt ziemlich selbstsicher, oder? Ich weiß, dass du da bist. Was sind die Kameras? Siehst du sie folgenden Sie? Sie sind nicht einfach zu operieren. Was willst du? Wer sagt, dass ich etwas möchte? Ich war nur auf dich, aus curiosität. Wer bist du? Also sie ist hier, um nach irgendwas zu suchen und wir eigentlich auch. Ich suche nach jemanden. Wäre die Wahrheit. Weil wir immer das Foto rausholen und wir sehen, neben unserer Mutter, sehen wir den Typen. Einen Mann. Und ich glaube, wir suchen den Mann. Weil da steht ja Gesellschaft 04 und wir sind ja jetzt in Gesellschaft 02. Das geht dich nichts an. Ist nicht unbedingt eine gute Art und Weise, jemanden kennenzulernen. Das ist eigentlich ziemlich, ja, ich meine, klar, ich meine, kann eine Privatsache sein. Ich nehme jetzt einfach, ich suche nach jemanden. Ich möchte diese Frau am anderen Ende des Mikrofons kennenlernen. Tja, woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Naja, was verlangst du dafür? Also ich finde, Vertrauen kommt ja etwas, was man dann merkt. Warum sollen wir jetzt das verfragen? Was soll sie denn sagen? Soll sie sagen, du kannst mir vertrauen, das bringt uns auch nichts. Das finde ich irgendwie blöd, sowas zu fragen. Ja, man kann am Anfang, wenn man jemanden neu kennenlernt, auf der Hut sein. Aber so blöd zu fragen, das ist ja genau so eine Frage, hast du irgendwie vor, mich zu betrügen? Ja, da wird ja derjenige, der mich betrügen will, der sagt dann, ja, ich habe vor, dich zu betrügen. Was verlangst du dafür? Hört sich auch nicht unbedingt toll an, aber ich habe dann keine andere Möglichkeit. Könnte man auch sagen, dass wir unsere Hilfe ihr auch anbieten, weil sie war ja sehr hilfsbereit eben, gell? Das wusste ich schon. Das ist irgendwie so ein Klugscheißer-Modus, gell? Ja, das habe ich nicht gewusst. Naja, gefällt mir auch nicht unbedingt. Stell mir einfach mal das, was stimmt. Er wusste bestimmt nicht, was das Quid Pro Pro des Lateinisch heißt, oder? Oh, ich wusste das nicht. Siehst du? Wir können uns sogar sogar von uns lernen lernen. Also? Willst du mir helfen? Löl, wir können uns sogar komplett gegen diese Frau stellen, oder was? Nein, ich helfe dir nicht, was ist ein Quatsch, die klingt doch total freundlich. Und ich meine, wir haben nicht unbedingt viel Auswahl, oder? Wir sind hier ganz alleine. Dobrze. I'll help you. Tell me how. So. I have this map and I think I figured it out. We are on level two. Ähm. Should be minus two, if you ask me. Anyway, the room you're in is connected to a warehouse that leads to the forge. And that's where the control room should be. And that's where you are? That's right. Just come here and get me out before I completely lose my mind. As a gesture of goodwill, I'll even open the door for you. Voila. So, I guess I should get going. Yep. Be careful out there. I... Did you want to say something? Ja, vergiss es, das hört sich blöd an. Du willst mir noch nicht wehtun. Was ist das? Was hat das für Quatsch? Ich bin echt froh, dass wir sie gefunden haben. I'm glad I found you. Oh. I'm glad you found me too. I'm not going anywhere. So, if you see a microphone, you can say hi. Or whatever. Das hat sich jetzt hier irgendwie geöffnet. Und, ähm... Diese Frau hört sich doch... Hört sich doch schon mal gut an. Ich meine, äh... Es gibt ja auch keinen Grund, sich gegenseitig hier an die Google gehen zu wollen oder sie zu betrügen. Was will man denn gewinnen? Äh, was will man denn gewinnen? Wir können auf jeden Fall in einer Partnerschaft viel gewinnen. Weil wir sind hier komplett alleine. Und das ist nicht wie in der Mathematik, dass aus 1 aus 1, äh, dann 2 wird. Wenn zwei Leute sich vereinigen, dann kann man quasi unendliche Stärke gewinnen. Ja, das ist dann eher das Unendlichkeitszeichen. Ich philosophiere schon wieder, gell. Aber was soll ich denn sonst machen, wenn ich hier allein durch die Gegend stampfe hier? Also erstens hat mir ja Leugnen, gell. Das freut mich. Hier geht's über Lautsprecher und die kann anscheinend erkennen, wo wir rumlaufen. Wir... Anscheinend haben wir ja auch gemerkt, dass sie die Kameras bewegt hat. Und das ist keine automatische Sache gewesen, obwohl es sowas eigentlich auch gibt. Aber anscheinend hier nicht. Sie hat uns durch die Kameras beobachtet. Was gibt's denn hier? Ähm, okay. Albert Speer, Reichsminister für Bewaffnung und Munition. Anweisung für das Reichsministerium für Bewaffnung und Munition zur Rückgewinnung von Materialien nach abgeschlossener Evakuierung. Die ersten Versorgungsgüter, die für Kolonisten verfügbar sein werden, sind sämtliche Metall-, Holz- und Ledermaterialien, die aus den für die Operation Untertauchen verwendeten Zügen gewonnen werden können. Aus diesem Grund sollen diese kundlich durchsucht, demontiert und ihre Materialien so zur fortigen Weiterverarbeitung aufgearbeitet werden. Alle Kolonisten sollen stets dafür Sorge tragen, dass der Bunker beim Verlassen Waffen und Vorräte für mindestens zwei Divisionen produziert hat. Wenn Vorräte und Kapazitäten es ermöglichen, sollen zudem Forschungs- sowie Entwicklungsarbeiten zur Optimierung herkömmlicher Waffen und der Entwicklung neuer Waffen aufgenommen werden, um unseren Sieg zu gewährleisten. Okay. Also erstmal geht es darum, dass wir auf jeden Fall die militärischen Stärke aufpolieren. Ja, jetzt geht es zur Werthalle. Bei Bedarf Atemschutz stand da irgendwas. Wir haben ja eine Gasmaske irgendwie an, oder? Das da kann man sich wieder nicht angucken. Und, äh, drehen will das irgendwie auch nicht. Weil das einfach nur alles... Nichtsagend ist. Oder wie? Tja, keine Ahnung. Wir gehen einfach weiter, ne? Dann können wir hier nur mal einen Blick werfen. Diese Behälter, oder was? Ich weiß gar nicht, wer diese Behälter die meint. Er selber sagt ja auch nichts, aber wir haben ja auch kein Mikrofon hier. Aber wenn ich das nächste Mikrofon sehe, werde ich das wieder nutzen. Die Frau kommt mir auf jeden Fall sehr sympathisch vor. Aber auch wenn sie es nicht wäre, müsste man ja das Beste aus der Situation machen, oder? Vorsicht, Stolpergefahr. Hier kann ich schon wieder was betätigen, aber ich... Oder? Ich kann den betätigen. Aber wie man das so bei so Schaltern gelernt hat, meistens will man ja erstmal... Äh... Meistens sollte man sich eher vorum schauen, bevor man irgendwas betätigt. Na ja, kann ich wieder rausklettern, oder was? Nee. Was leuchtet das denn? Was? Ich hab die kaum gehört. Sie meinte nur, es sieht nicht so aus, würde ich da einfach rauskommen? Wie jetzt? Komme ich hier nicht raus? Ich muss ein Rätsel dafür lösen. Oder einfach nur einen Schalter drücken? Hallo? Ach, wir können hier einfach raus. Die hat den ganzen Raum gemeint, gell? Ich war noch ein bisschen irritiert, was dieses komplett weiße Leuchten ist. Sie meint jetzt, wir sollen den Hebel umlegen und dann wird sie uns irgendwie helfen. Ich werfe nochmal einen kurzen Blick hier nach vorne. Ob es hier noch irgendwas hier auf dem Tisch gibt. Nee, gibt's nicht. Also sprinten wir mal. Also besonders schnell sprinten wir hier nicht. Das ist normal und das, wenn er den Gang zulegt, merkt man nicht unbedingt. Na ja, hier machen wir den Schäbel. Was? Wieso hat das jetzt hier nicht funktioniert? Ich sollte doch den Hebel... Soll ich jetzt nochmal auf den Knopf drücken? Nochmal links gucken. Ersatzteile. Nee, sonst kommen wir hier nicht weiter. Hier sind so riesige Kisten, die uns den Weg versperren. Ich denke mal, ich muss jetzt hier nochmal das hier probieren. So, dann... Lass uns mal hier nochmal den Knopf drücken. Oder auch nicht? Ist das hier? Oh fuck. Ich bin jetzt ratlos. Aha. Ich bin jetzt ratlos. Ah, hier ist noch ein Hebel. Zugriff gewähren. Ah. Wahrscheinlich sind wir erst... Als ich mit uns gesprochen habe. Okay. Jetzt muss ich hier raus. Vielleicht kann ich jetzt den anderen Hebel benutzen. Oder hätte ich das nochmal auf den Knopf drücken können? Nee. Das hat uns aber jetzt noch nicht geholfen. Hm. Jetzt kann ich auf den Knopf drücken? Ja. Ja. Watch out. It might blow up. It won't blow up. Don't. Hilfe. Are you alright? Äh. Woher wusstest du, dass ich nicht explodieren würde? Ja, geile Frage. Du hättest es mir sagen können? Mit einem Ausrufezeichen? Das hört sich irgendwie noch nicht ganz so aufgeregt an. Einfach eine simple Frage. How did you know, it wouldn't blow up? I didn't. So you risked my life? Hey, I got you out of there, didn't I? Anyway. I don't see any cameras in there. So I'll meet you on the other side. Mhm. Naja, jetzt haben wir hier über dieses Mikrofon mit ihr gesprochen, oder was? In die Richtung geht's hier anscheinend raus. Ich muss doch am besten irgendwie jeden Hebel direkt umlegen, indem man über den Weg läuft. Boah, geht das hoch, ey. Das ist echt krass. Das sind wir wieder, das sind immer noch, das sind auch wieder so Züge. Okay, dann können wir wieder ein bisschen rumdrücken. Da drüben ist nix. Okay. Funktioniert das? Nee, das geht nicht. Ich dachte, der wird sich vielleicht komplett umdrehen. Also müssen wir nur z... Okay. Sehr mysteriös. Hm. Das ist ja völlig zerfetzt, dieser Zug hier. Lol. Gab's hier irgendwie so eine Art Aufstand? Guck mal, wie viel hier geschossen wurde. Oh. Das ist ja interessant, äh. Eigentlich wird es ja erst interessant, weil ich kenne ja die Screenshots, ey. Die verraten nicht unbedingt irgendwas, aber die zeigen einem, was halt noch so kommt. Deutsche Reichsbahn. Ladgewicht 15.000 Kilo. Und hier runter. Und hier runter? Und hier runter? Komm. Und hier ist ja auch mal, wenn man nix sieht, äh, stell dir mal vor, du springst irgendwo runter und dann knickst du noch mit dem Fuß um, gell? Du kannst die ganze Zeit durch die Gegend humpeln. Boah, ey, Mann. Wieso haben wir hier nicht mal wieder mal so ein bisschen Feuerwerk, Feuerzeug am Start, ey. Äh, ist ganz schön dunkel hier unten. Dahin ist es komischerweise voll hell. Ah, ja. Eigentlich befinden wir uns ja in so einer ziemlichen Notfallsituation. Da wurden so Beispiele genannt, dass, was der menschliche Geist, was die größte Stärke wäre. Oder das größte Wunder, könnte man schon fast sagen, gell, ist die Möglichkeit, dass man gewisse Dinge aus der eigenen Realität, aus den eigenen Gedanken verbannen kann, um einfach die Stärke zum Weitermachen zu finden. Die Stärke zum Weitermachen zu haben. Wir werden sie. Ich weiß, wir werden. Ich weiß, dass es ein mehr effizienter Weg gibt. Effizient? Du bist zu sein wie das. Ich bin wie ein Wissenschaftler, der nicht will eine notwendige Blockchain. Also, was Sie sagen, als Wissenschaftler? Ich sage, dass wir das Computer auf den Computer und es gegen sie, wie wir vorher gemacht haben. Nein! Nein! Aus der Frage. Think about it. Es kann die Umgebung und finden alle für uns. Ich sage, nein! Wir werden nicht mehr nutzen ihre Technologie. Du sie selbst verabschiedst. Du weißt, was es braucht, um zu operieren. Wie sind wir von ihnen anders, wenn wir mit diesen Konzenten leben können? Es ist zu lange, um sie zu helfen. Und ohne sie, es dauert uns Wochenende, um die Nazis zu finden. Es dauert Monate, um es nicht wieder zu bringen. Das ist ein Ordnung. Muss ich dich erinnern? Ich bin der Grund, warum wir dieses Ort gefunden haben? Wer bist du, um alles zu kaufen? Ich bin jetzt erst in Kommando. Also diejenigen, die das Kommando trägt, macht hier auf jeden Fall klar, dass wir eine Maschine nicht benutzen. Eine Maschine, die sie nicht benutzen wollen, weil es irgendwie... Keine Ahnung, was es benötigt, dass man sie in Betrieb nehmen kann. Hier gab es auf jeden Fall heftige Kämpfe, ja. Was passiert hier? Weiß ich auch nicht genau. Guck dir das doch mal an, ey. Da hat doch irgendjemand gestürmt und hier gab es dann anscheinend die Stelle, wo dann verteidigt wurde? Oh. Guck dir was ... ... ... Pull yourself together Fuck no one ever shot at me before Per second I won't even notice I won't even notice Man shoots there are carries the bullet The hair lenkt die kugel Und er drückt nur den abzug Wo bist du ich bin hier Das hab ich gar nicht Hier Das ist der kontrollraum Kann man jetzt gleich die frau treffen Oder was Man da muss man ja ganz schön schnell sein um irgendwas auszuwählen Ja gut hallo hat er Hallo hat er gesagt aber gemeldet hat sich niemand Ja Ja Hey Hey Where are you? What do you mean? I'm still here waiting for you I'm in the room you told me to go to What? That's impossible You must be in a different room then Sorry I didn't know Sorry I didn't know I didn't mean to send you on a wild goose chase That's okay That's okay we all make mistakes You're fine I really thought it was here It really means a lot It really means a lot that you trusted me I'm sorry I disappointed you The truth is I don't know what's happening to me I've been locked in here I've been locked in here for I don't know how long And I'm getting really scared I guess what I'm trying to say is That you are my only hope Hope isn't going to help me find a way You're right What are you doing? Just give me a second Yes I got it It says here You're in a control room right? So you're probably talking through an EVE console I guess That machine has control over the entire area We should be able to get access to the maps, doors, shafts, everything But the screen says it needs a memory tube Huh I wonder what that's for See if you can find one lying around I'm looking it up right now It says here that the memory tubes have something to do with the oversight system for the whole bunker They recorded events back when the system was still working Ich verstehe jetzt auch nicht, äh Die hat gesagt, die wären im Kontrollraum Und wir sind in einem Kontrollraum Und am Ende sind sie in einem anderen Kontrollraum Und hier ist sie gar nicht mehr da Was ist das hier mit der Erinnerungskapsel? Zurück zur Malfabrik? Haben sie da Dinkel gemahlen oder was? Ne, ich soll ja irgendwie eine Erinnerungskapsel jetzt finden, gell? Wahrscheinlich müssen wir ab jetzt die Augen offen halten, um eine zu finden Kann man da reinlegen Kann man da reinlegen? Dieses Loch Das ist keine, oder was? Ach Die sind in diesen Schränken drinnen Fahr einfach mal links an Ey Shit Shit Ah, jetzt geht er ran Okay, fangen wir links an Da ist nix Da ist auch nix Das ist wohl ne Kapsel Aber jetzt mach ich das mal hier auf Muss ja nie, gell? Man weiß ja nie Also, wir haben genau eine Kapsel Eve hat die das genannt Eve ist ja eigentlich das Wort für Eva Was ist denn jetzt los? Adam und Eva, oder wie? Eine Entstehungsgeschichte Bilder werden geladen Es ist letzter Fehlerbericht wiederhergestellt Bunkergesellschaft Aufzeichnung wenige Minuten vor auftreten des Fehlers Sicherheitsabfrage durchgeführt Nicht autorisiertes Individuum erfasst Polnisches Wingerstand da Gefahrenstufe kritisch Systemeinstellung militärisch Entwaffnung der Eindringlinge Höchstwichtig Evakuierung von Zivilisten empfohlen Hä? Was soll ich denn hier auswählen? Evakuierungsszenarien Was? Ich hab gar nichts gemacht! Position wird ermittelt Ebene 4 Wechsel zur Hauptrechner Ey, was funktioniert doch hier nicht, ey Wollen wir jetzt Durchsuchen Wilhelm Sonnenbruch SS-Obergruppen Führer-Überprüfung Ey, sag mal! Abspielen Aufzeichnung des polnischen Untergrundstaats Maschine Maschine Was geht hier eigentlich ab? Manuelle Überschreibungsversuch Manuelle Überschreibungsversuch Das ist ne Erinnerungskapsel Aufzeichnung Polnischer Wissenschaftler Die mit den polnischen Wie können wir den Menschen oben helfen? Durchsuchende Bibliothek Polnische Wissenschaftler im Exil Was hat er Oh! Wir brauchen etwas Wir brauchen Wir brauchen Wir brauchen etwas Wir brauchen Wir brauchen Wir brauchen Das ist genau das Wir brauchen Wir brauchen Wir brauchen Was geht denn hier ab? Ja, hallo Samaso, ich habe einen Helm bekommen, ist in Ordnung, ich hätte lieber eine Waffe gekriegt, aber naja, ja. Und ne, WoW spiele ich heute nicht mehr. Also wir haben hier Anordnung A, Radikal-Offensive, Entsendung aller Truppen in die Schmiede, Verlustrate 1,80%. Das ist, äh... Ja, es ist wie der Bunker war, um sich zu retten zu retten. By any means necessary. Ich glaube, das ist alles, was es in der Ende ist. People zu töten, in desperation. Hat es endet? Was endet? Die Wur. Die Wur endet? Ich denke so. Ich weiß nicht. Die Welt war leblos, es war friedlich. Wir drücken es mal positiv aus, hih? Die Welt ist wirklich peacefull. Das ist gut zu hören. Ich hoffe, es bleibt so. So, was tun wir jetzt? Tja, okay. Sie kann uns jetzt hier rauslassen. Ich denke mal, dann geht es hier jetzt weiter. So. Schau, jetzt geht es wieder tiefer, gell? Ah, jetzt muss ich drücken? Okay. Boah, hier sind wir auf jeden Fall in der Schmiede. Wir haben so einen Versuch, alles Metall, was man verwerten kann, irgendwie zu schmelzen. Ja. Hier ist nichts in der Kiste für uns. Aber wir rennen jetzt einfach mal weiter. So, this is where all the trains were supposed to go. Mensch, Meier, ey. Ich habe bis vor ein paar Minuten noch gedacht, dass diese Frau, mit der wir reden, überhaupt nicht wirklich da ist. Das ist wie so eine Art künstliche Intelligenz. Aber ich hoffe mal, die ist in einem anderen Kontrollraum einfach nur, oder? Kann man wieder mit der Reden? Können Sie mir helfen? Ist das wirklich der einzige Weg? Fragen wir nach Hilfe. Soweit du weißt, ich habe Angst. Ich glaube, wir sind einfach ehrlich, weil das andere klingt irgendwie Schrott. Was passiert, wenn ich nicht springe? Was passiert, wenn ich nicht springe? Hast du niemals geholfen, dass du nicht geholfen hast? Wie du nicht kontrollierst über die Dinge, die sich um dich herumschlussieren? Wie du einfach nur akzeptieren, was passiert, wenn du nächstes Mal passiert? Nichts, wie es ist, wie es ist, dass es nicht so ist, dass es so ist. Du bist jetzt in der Kontrollen. Ja, wenn wir nicht... Okay, jetzt können wir hier springen. Ich kann schwimmen? Aber wir springen jetzt ins Wasser, gell? Ah! Drittes Kapitel, verhandeln. Willst du es jetzt verhandeln, oder was? Wenn das die fünf Stufen der Trauer sein sollen? Ah! Wie kann man mit sich selbst verhandeln? Erstens war Leuken. Zweitens Wut und Zorn. Und drittens verhandeln. Man geht ein Handel mit sich ein. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was das bedeutet. Verhandeln. Heißt verhandeln, dass man versucht, das Beste aus der Situation zu machen? Jetzt sind wir schon bei der dritten Gesellschaft. Die sind ja bald da. Da. Wir müssen jetzt nur zur vierten Ebene kommen. Jetzt sind wir schon bei der dritten. Okay. Ist ja interessant, wie das hier aussieht. Die wollten hier so einen Strand erschaffen, oder wie? Für was brauchen wir denn hier so Rettungsringe? Und so eine Sonnenliege? Also haben sie hier so einen Strand erschaffen wollen? Ich meine, die wollten ja für 15... 15 Jahre untertauchen. Ja, cool, Motionmaker. Ich bin jetzt irgendwie bei einem unterirdischen Strandareal angekommen. Weil die wollten ja, dass sie unter... Das Projekt untertauchen sollte über 15 Jahre entstehen. Während, äh... Die Auswirkungen eines Atomkrieges überlebt werden dadurch. Und dann, äh... Den Feind zu besiegen, irgendwie. Nö, wir sind auf dem Weg zu der Dame immer noch. Ja. Sie ist in einem Kontrollraum. Und zu dem Kontrollraum sind wir unter... Äh... Sind wir unterwegs. Wir waren zwar schon bei einem Kontrollraum, aber das war nicht der, wo wir sie finden können. Da dachte ich schon, dass sie am Ende vielleicht gar nicht... ...wirklich lebendig ist. Und so eine Art künstliche Intelligenz. Aber dazu kann ich euch sagen... Dass es immer drauf auch ankommt, wie man das Leben definiert. Lebt eine Pflanze, weil sie Wasser und Luft benötigt? Oder lebt etwas? Nach der Philosophie... Ich denke... Und ich lebe. Sobald etwas denkt... Das ist dann wirklich lebendig. Oder auch lebendig. Und, äh... Ich hab ja dazu mal ein Spiel gespielt und... Ich hab dann auch gedacht... Ich denke... Und dann lebe ich. Das hab ich wirklich gedacht dann, ja. Dass es also dann künstliche Intelligenz auch eine Form von Leben am Ende darstellen kann. Dazu muss man sich nur fragen, was... Was das Leben wirklich ausmacht. Ja. Das hört sich jetzt einfach ohne irgendwelchen... Ohne greifbare Erfahrungen... Hört sich natürlich irgendwie total doof an. Aber ja, gell. Ich mein, Denken heißt ja so viel. Denken heißt ja eigentlich auch das... Heißt ja auch fühlen, gell. Eigentlich so alles, was fühlt. Alles, was denkt, ist lebendig. Das macht Tiere ja auch lebendig. Weil die fühlen ja eigentlich auch. Auch wenn sie nicht unbedingt viel denken können. Also die meisten Tiere jedenfalls. Aber es gibt auch manche Tiere. Ist hier jemand? Weil wir fragen mal wieder. Ich denke und ich lebe, ey. Das war echt ein cooles Spiel, ey. Absolute Hammer. Auch ein bisschen, ähm... Fürchterlich, sag ich mal. Es ist immer so, wie short your memories are. Ich gehe diesen Korridor, day after day. Und höre die gröntigen Whisperungen. Was, wenn es richtig ist? Vielleicht hat er ein Punkt. Was, was, wenn... Let me remind those who have forgotten. When the Battle of the Bunker ended, we went looking for German civilian survivors. None were found alive. Must I remind you why? Because the Bunker's machinery had removed them from the battlefield so they wouldn't interfere with the counterattack. Only to suffocate them in one of the unventilated hungers. Die haben... Die haben... Die haben Menschen entfernt irgendwie? In einem unbelüfteten Hangar? Also haben wir hier so eine Art künstliche Intelligenz? Ey, es ist am Ende die Frau, mit der wir uns unterhalten, diese Maschine? Oh, ne, bitte nicht, ey. Die ist doch so freundlich. Von Dominika. Anordnung 210. Mit sofortiger Wirkung werden alle Kameras auf diesem Gelände deaktiviert. Bis alle Video- und Abheuergeräte ausgebaut worden sind, soll sämtliche Kommunikation, die Angelegenheiten der Produktion, Strategie, Nahrungsmittelverteilung, Zukunftspläne und so weiter, betrifft durch geschriebenes Wort kommuniziert werden. Vorerst können wir davon ausgehen, dass sämtliche unserer Unterhaltungen überwacht werden. Er hört zu. Das heißt jetzt nicht viel. Ich meine, die reden jetzt von er hört zu. Das würde ja eigentlich am Ende bedeuten, dass wir eine Art künstliche Intelligenz haben. Eine Maschine, die hier ganz schön krasse Entscheidungen finden, dass der Bunker lebt. Irgendwie. Und die sagen jetzt er. Aber für sowas ist es ein ganz einfaches, dass aus einem er auf einmal eine sie wird. Und sie ist diejenige, mit der wir uns unterhalten. Das heißt, sie ist der Bunker? Hat es eben nicht wundert, dass sowieso, wie lange sie eigentlich hier eingesperrt sein soll? Wo ist sie denn da eingesperrt? In der Küche oder was? Mit Nahrungsmitteln? Oh Gott, äh, nee. Wir sind ja echt ganz alleine unterwegs und wir laufen jemanden entgegen, der eigentlich eine Maschine ist. Die vielleicht am Ende bereut. Hat sie dafür gesorgt, dass alle Menschen hier gestorben sind? Die Maschine? Haben wir nicht davon gehört, von einem Hochleistungsrechter, der 50.000 mal effektiver ist als der von Amerika? Oder Russland? Was haben die Deutschen in dieser fiktiven Welt erschaffen? Einen lebendigen Bunker? Ach du Scheiße, ey. Anordnung 108 Alle Dokumente der Nazis bleiben unberührt, verachtenswert, wie sie auch sind. Wir werden sie nicht verbrennen. Die Nazis haben bereits selbst alle Beweise ihrer Abscheulichkeiten verbrannt. Wir müssen sie nicht dabei unterstützen. Wenn der Krieg endlich ein Ende nimmt, und er wird ein Ende nehmen, werden wir diese Dokumente ans Tageslicht bringen und sie für ihre Taten zur Verantwortung ziehen. All diese Dokumente sollen im Archiv gelagert werden. Also dieser Bunker, der anscheinend in der Kontrolle von den Nazis erschaffen und kontrolliert wurde, ist er erobert worden. Aber er wurde erobert durch die Polen anscheinend. Weil wir haben ja auch diese Gespräche von den polnischen... Ah, hier können wir wieder mit dir reden, gell? Das ist das... Ich glaub nicht, dass sie lebendig ist, aber hoffentlich. Hoffentlich! Wenn man das Motionmaker interessiert, erinnert das irgendwie an Terminator und Skynet oder so. Das stimmt, gell? Sie ist freundlich, weil sie will was von uns. Aha. Ah, ja. Was will sie von uns? Gesellschaft, gell? War das vielleicht Schrott? Wir haben alle Menschen weg, oder was? Was ist eigentlich mit dieser Tür? Also dann müssen wir in diesem Herrenhaus. Hier sieht's ja auch lustig aus. Wieso sind denn hier diese ganzen, äh... Kabel offengelegt? Haben die Leute vielleicht gemerkt? Hallo? Dass die Maschine irgendwie ein bisschen mehr als nur irgendwie... ...die Luftzirkulation hier regelt oder ein Agrarsystem erschafft? Boah, ist ja ein riesiges Areal hier. Oh, da hinten ist eine Tür. Ich geh jetzt... Geh jetzt erstmal zur Tür hier. Nee, ist alles nur versperrt. Guck mal. Die haben jetzt hier auch angefangen, diese Kameras... ...zu zerstören. Beziehungsweise einfach das Kabel aus der Wand zu reißen. Und die haben angefangen, nur noch über... ...das geschriebene Wort zu kommunizieren. Weil alles andere halt... ...abgehört wird. Weil der Bunker... ...die künstliche Intelligenz, äh... ...halt nichts mitbekommen sollte. Ah, ist schon krass, ey. Aber hier ist ein Raum... ...wo wir eigentlich nur einen Blick auf den Hof werfen können. Und hier haben sie noch ein zusätzliches Bett erschaffen. Sonst ist hier aber nix, oder? Nee. Du meinst... ...meinst du, die will mich im PvP heilen? Naja, so ein Computer hat auf jeden Fall eine gute Reaktionsfähigkeit, gell? Ach, hier gibt's nicht unbedingt viel, oder? Ich denke mal, hier gibt's nicht unbedingt viel. Nee. Was liegt denn hier auf dem Tisch? Mit dir können wir auch erstmal nicht reden. Also, jetzt sind wir hier in diese Ecke geblieben. Ich mach jetzt einfach mal einen Rundgang. Oh, hier ist auch nix. ...kunst. Da hat jemand die Kirche gezeichnet. An der Oberfläche. Okay. Okay. Oh, ich glaub, wir sollen mal weiter. Jetzt erfüllen wir hier jede Tür, bis wir was finden. Oh, da hinten ist irgendwie was. Auf dem Tisch. Abschrift des Berichts von Rizat Lasi. Ich ging nach draußen, um Pilze zu sammeln. Nicht, dass ich wirklich erwartet hätte, welche zu finden. Aber ich genieße es, zwischen den Bäumen umher zu wandern. Auf meinem Weg fand ich eine knorrige Bruche, sah auf und entdeckte in einem Distelbusch in der Nähe eine weiße Zicke. Ein Wunder, so dachte ich. Denn ich hatte kein lebendiges Vieh mehr gesehen, seit wir damals, vor zehn Jahren, die letzte Henne verspeist hatten. Und siehe da, eine Ziege. Wo konnte sie nur hergekommen sein? Sofort dachte ich, dass Veles uns mit seinem Segen beglückt und sie geschickt haben muss. Wer ist denn Veles? Ich ging auf sie zu. Sie rannte nicht vor Ort. Sie ließ sich von mir ein Seil umbinden und ging an meiner Seite wie ein Hund an der Leine zurück zur Siedlung. Ich ging mit ihr direkt zum Hohepriester, um die wundervollen Neuigkeiten mit ihm zu teilen. Ich hoffe, ich hoffte, sie segnete uns mit heilender Milch. Wer, ich weiß nicht genau, wer Veles sein soll, sein soll, aber okay. Gehen wir mal zu der Tür. Anscheinend können wir hier jede Tür öffnen. Hier gibt es ja viele Regale hier. Sehr geehrter Herr Kommandant, auf das Bitten von Herrn Wilhelm Streck hin, habe ich zugestimmt, eine Rede über Agatha, Shambhalala, Arya, Atlantis, Thule, die Kontrolle paraphysischer menschlicher Fähigkeiten, sowie über das Befähigen von Zombie-Armeen zu halten. Er hat mich davon überzeugt, dass dieses Material die notwendige Unterstützung für die Kolonisten darstellt. In meiner Jugend habe ich ein starkes Interesse für diese Themen entwickelt, deshalb verfüge ich über ausführliches Wissen in diesem Bereich. Doch wir beide wissen, zumindest erhoffte ich mir das, dass diese Geschichten nichts als Humbug sind. Ich als Wissenschaftler weiß, dass die Stärke der deutschen Nation nicht aus Märchen, sondern aus mentaler Stärke und Wissenschaft gewachsen ist. Aus diesem Grund sollten sich die Kolonisten bei der Vorbereitung auf den endgültigen Kampf auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützen. Ich schlage vor, dass wir zu einer Methodik zurückkehren, die mit großem Erfolg an der Front eingesetzt wurde, die Substanz D9. Diese Mischung aus Kokain, Pervietin, einem starken Stimulans und Oikodal, einem starken Schmerzmittel, verwandelt gewöhnliche Männer in Supersoldaten. Es erhöht die Konzentration, Ausdauerstärke, den Mut und das Selbstvertrauen erheblich. Außerdem schaltet es die Schmerzrezeptoren sowie starken Hunger, Durst und Müdigkeit aus. Es gibt zwar Nebenwirkungen, doch diese sollten im entscheidenden Moment nicht von Bedeutung sein. Was heißt jetzt Supersoldaten oder wie? Oder Super Zombies? Mensch, Meyer, aber ich glaube nicht, dass wir ja Supersoldaten. Was haben wir denn hier? An Wilhelm Streck Okay, lieber Willi, ich weiß, du brauchst niemanden, der dir sagt, wie du deine Arbeit zu erledigen hast, aber ich möchte dich gerne auf ein Problem aufmerksam machen. Mir liegen Berichte vor, dass trotz der konstanten Leitung und Beratung viele Menschen das Konzept der Kolonie noch immer nicht verstehen. Denn einige fürchten, für immer unter der Erde eingeschlossen zu sein, oder sogar, dass die Menschen an der Oberfläche es besser hätten. Entledige ich mich all dieser Zweifler, verlöre ich die Hälfte der Siedler und somit auch die vermeintliche Stärke dieser Kolonie. Also kam mir eine Idee. Möglicherweise könnten wir auf ungezwungene Art unseren Kolonisten von den Arien und den Atlanten erzählen, von denen wir abstammen. Denn wenn unsere Vorfahren es geschafft haben, weiter zu erstarken, nachdem sie ihre Heimat verloren haben, so können auch wir aus dieser Märte emporsteigen und unsere Feinde besiegen und die Wiedergeburt unseres großdeutschen Reiches einleiten. Mit deinem Talent, Geschichten zu erzählen, erweichten diese Erzählungen sicherlich die Herzen der Zweifelnden und Beruhigten ihre geschundenen Nerven. Wie denkst du darüber, dein Freund Max? Also wollten die jünglichen Geschichten erzählen, um so eine Art Bunkerkoller oder die Zweifel der Kolonisten zu verstreuen. Geschichten von Leuten, die emporsteigen. Naja, ich weiß es nicht, aber ich gehe jetzt einfach mal hier zu der Tür. Okay, sind wir auf jeden Fall in einem riesigen Raum mit Kunst gemäht und scheint sehr wichtig zu sein, derjenige, der hier drinnen war. Mein Anliegen, ich möchte erneut um die Erlaubnis bitten, die Technologie der Nazis einzusetzen. Die Menschen verhungern. Wir können nicht einfach weiter im Dunkeln leben wie bisher. Wie viele Fehlgeburten sollen die Frauen hier noch ertragen müssen? Ich werde dieses Anliegen Tag für Tag vortragen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Luk-Chan Was war das? Ein Geheimraum ging auf. Von wo? Irgendwo ging ein Geheimraum auf. Wir haben es von links hören können, aber das ist nicht hier. Okay, machen wir das hier. Okay, dann nimm das mit. Den stecken wir mal ein. Gibt es noch was anderes zu lesen. Anordnung 8 Jeder deutsche Besetzer, der sich noch im Bunker versteckt, soll gefunden, vor Gericht gebracht und für seine Verbrechen verurteilt werden. Dies betrifft Zivilisten, Arbeiter und selbstverständlich militärisches Personal. Dies gilt außerdem für alle polnischen Kollaborateure. Dominika Wadzic. Ach, das ist der Raum von ihr gewesen. Wir haben ja gehört, dass sie die, ähm, irgendwie diejenige war, die, äh, vieles zu entscheiden hatte. Das hat sich hier, was ist das hier, dieser Geheimraum, den wir gehört haben? Ist das hier zur Seite gegangen und hat diesen Raum entblößt? Was ist das hier für ein Geheimraum? Da gab es offensichtlich eine Menge pro und konter zu den Plänen von damals. Ja, das würde ich aber auch sagen, äh. Was haben wir denn hier für ein Geheimraum? Ja, das sieht doch so aus wie so eine kleine Bühne. Dass da jemand steht und singt. Kreta Müller. Ausweis der deutschen Volksliste. Sängerin. Geboren am 20. September 1920. Kreta Müller. Ach, das war eine der Berühmtheiten... ...und sie hat hier gesungen. Das kann doch nicht der Geheimraum sein, oder? Aber an den Türen nimmt man sowas doch auch nicht. Aber wir haben ja irgendwie so eine besondere Karte. Eine Berühmtheiten wurden ja in dem Zug erwähnt. Und eine davon war die berühmte Sängerin. Kreta Müller. Also ich stand da. Hab da hinten was gedrückt. Und ich hab irgendwie hier ein Geräusch gehört. Hm. Ich kann aber jetzt auch nicht unbedingt die Entfernung... Ich hab auf jeden Fall links was gehört. Was ist, wenn ich das nochmal drücken könnte? Shit. Vielleicht war das auch dieser Raum da. Ich mein, wir haben eine Chipkarte. Wir müssen nur irgendwo finden, wo wir die einsetzen können. Diese Räume haben wir aber alle durchsucht. Das find ich gut, dass der Junge... Simon... ...die Türen alle offen lässt. Und nicht verschließt. Ah, da hinten können wir vielleicht jetzt hin, gell? Aber ich geh jetzt mal hier. Wir sind ja die Treppen hochgekommen. Und dann bin ich... Hab ich mich in dem Bereich aufgehalten. Hm. Hier haben sie sich eingerichtet. Mehr Betten erschaffen, als eigentlich da waren. Bitte geh nicht. Ich weiß, dass viele darüber nachgedacht haben, zu gehen. Doch ich wusste nicht, dass das auch auf dich zutrifft. Wenn du gehst, wird Dominika uns nicht erlauben, uns je wiederzusehen. Du weißt, dass sie keinem seiner Anhänger gestattet, mit uns in Kontakt zu treten. Ist dein abergläubiges Geschwätz dir wirklich so wichtig? Abergläubiges Geschwätz? Ja, irgendwie wurde Willes... Ähm... Ein Willes erwähnt. Hat sich wie so eine Göttlichkeit angehört. Ne, ist verschlossen. Ja, dann bleibt uns ja nur eine Tür. Die Tür mit dem roten... Leuchten. Ah, hier können wir wieder in Kontakt treten. Das ist auch so eine Art Kontrollraum. Aber hier sehen wir den Text so schnell, ja? Letzter Fehlerbericht wird wieder hergestellt. Gesellschaft. 31% Betriebsbetreiber. Hauptrechner 1 inaktiv. 3. September 1964. System wird hochgefahren. Prozesssteuerung wird überprüft. Hauptrechner kritisch. Funktionszügigkeit des Bunkers eingeschränkt. Systemstatus instabil. Luxian Kolenda. Von dem haben wir die Karte. Audio Kanal 77. Okay, let's see if bi-directional communication is working. Clearly not. I have to find a workaround. What if? I know it's not ideal, but... Given the circumstances... This will have to do for now. I'd like you to press the button. If you can hear me. Dobrze. Let's try another experiment, shall we? Hä? Aktivieren der Akratz-Thema? As I suspected. This won't be straightforward. There's some sort of safeguard block in my input. This makes no sense. Why build a huge machine with this much computing power and then make it impossible for the operator to use it? Unless... It doesn't want me to make any changes. I just tried to access the part of the system. Can you enable it? That's it. It worked. Okay. Let's not waste any more time. You always said you wanted your own garden someday. Hä? Was soll ich denn auswählen? Feld C? What do you feel like planting? Weizen? Dinkel? Oh ja, guck mal. Die wollten alle Dinkel. Wassermenge? Oh, was weiß ich? Manuell? Ernteprozess? Ja, manuell. Was weiß ich? Wieso... Was... Was mache ich hier eigentlich? Was ist passiert? Wir müssen den automatischen Kalibration-Cycle haben initiiert. Strahlen-Schutzmaßnahmen. Strahlenbeleuchtung. Bereich für Nicht-Aria. Atomanlage. Funktionszügigkeit des Labors. Systemüberlastung. Die Aktivierung der Hintergrundprozesse nicht verfügbar. Hä? Hä? Ne, okay. Was soll ich machen? Die Aktivierung. Arbeiten wir mit jemandem hier zusammen? Strahlen-Schutzmaßnahmen? Strahlen-Schutzmaßnahmen? Das ist kein Verbrauch. Medizinische Einrichtungen? Ich deaktiviere jetzt alles Mögliche? Verbindung zum Hauptrechner unterbrochen. Ja. 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 Ich glaube, er hat ihn aufgenommen. Ich glaube nicht, er sollte das machen. Wer weiß, ich habe nicht gehört von dir seit diesem Schiff. Wisst ihr, wie nervös ich war? Bist du gut? Also, bist du? Ich bin gut. Dann warum hast du nicht gesagt? Wo bist du? Ich habe nicht gesehen auf meinen Monitoren. Es sieht aus, dass die Polen hier nach dem Angriff fallen. Ich habe ja kaum Zeit um diese Auswahlmöglichkeiten zu nehmen, deswegen nehme ich sie meistens direkt, aber... Tja, wir sind schon die Ebene 03. Wir müssen ja eigentlich nur zur Ebene 04. Gehen wir einfach weiter, ey. Ich weiß auch gar nicht, was das am Rechner überhaupt war. Haben wir denn irgendwie mit jemandem geredet, oder was? Äh, Dominika. Gut, ich werde gehen. Jeder, der sich mir anschließen will, ist dazu herzlich eingeladen. Aber alle, die lieber bleiben wollen, frage ich, wo zieht ihr eure Grenzen? Wie selbstverständlich erntet ihr die Früchte unserer Arbeit, doch ihr seid nicht dazu bereit, den Preis dafür zu zahlen. Ihr ignoriert die göttliche Mächte, die euch diesen Luxus ermöglicht haben. Wenn ihr euch vor den Göttern verneigen möchtet, die all das hier möglich gemacht haben, dann folgt mir, Dr. Chan. Das war doch auch der eben am Computer. Er ist dieser Gläubiger, oder was? Was... Was für ein Glauben hat er da entwickelt? ... ... ... ... Der hat versucht zu verstehen, was das deutsche Wort Gehirn bedeutet, ja auf Englisch nennt man das Brain, nicht genutzte Areale des Gehirns, ich weiß gar nicht was hier alles abgeht ey, ich hab keine Ahnung, eine Tür ging ja vorhin nicht Ich weiß ja gar nicht, wo sonst jetzt, wo geht's jetzt hier weiter? Na das ist jetzt aber interessant Ich hab doch hier ne Krade gefunden und diese zwei Bereiche muss ich jetzt wieder in den Erdgeschoss Gehirns Weil eigentlich hab ich doch alle Zimmer hier durchsucht Und wir haben ja da hinten auch diese Soll ich aber mit dem Erdgeschoss war doch nichts, oder? Aber hier ist halt auch nichts Ich geh jetzt einfach runter Jetzt krieg ich aber Jetzt wird mir aber nur komisch Wir haben doch von Eve gehört Und Dean stellt sich als Eva vor Eve und Eva ist doch irgendwie das gleiche Jetzt können wir mit ihr mit ihr reden Mein Name ist Szymon Nice to meet you, Szymon I'm sorry if I came across as cold before After we talked, I realized how selfish it was of me to expect you to make that stupid jump My first thought was to scream out your name to stop you But then I realized that I don't even know what it is So, I'm sorry Anyway, that's all I wanted to say It's okay Everything is fine I will find you And then we will figure this all out Thank you, Szymon Tja Na ja, sich mal treffen wär nicht schlecht, oder? Man, dann kann man ja gucken, was für eine Lösung man da finden soll Aber wir haben eine Karte Das heißt, wir können jetzt diese Tür da benutzen Das ging ja vorhin nicht Gott, da, wo sind wir denn hier? Ja, ja, wir können dich hören Das läuft, das Ding Das ist der luxuriöse Teil hier des Bunkers Was? Der Weg zur Wiedergeburt des Dritten Reichs Erforschen Sie die Wiege der arischen Rasse und die Quelle Ihrer Macht Lüften Sie das Geheimnis, das die Ränge unserer Armee erstarken lässt Und unsere Feinde am Tag der Abrechtung überwältigen soll Kommen Sie zum Auftakttreffen der Forschungs- und Lehrgemeinschaft Das Ahnenerbe Geleitet von Professor Bruno Berger Anthropologe und Mitglied der deutschen Expedition nach Tibet 38 bis 1939 Auf seiner Expedition förderte er das geheimnisvolle unterirdische Land Agatha Und die Quelle der arischen Macht zutage Eine Macht, die nun dazu dienen wird, unsere Feinde zu besiegen Erfahren Sie mehr über die Forschung, deren Ereignisse uns bald ermöglichen werden Die Feinde unserer nationalsozialistischen Heimatlandes vom Angesicht der Erde verschwinden zu lassen Sehen Sie nicht tatenlos zu Werden Sie Teil der Wiedergeburt des Großgermanischen Reichs Wir beginnen nach dem Abendessen um 21.05 Uhr am Treffpunkt Was für ein verrückter Typ, ey Aber okay, gell Ja, Odin auf Rettungsaktion Und am Ende gibt's als Belohnung den Convoke, ja Ey, das ist eine Spiel, wo ich dachte Naja, sieht doch eigentlich ganz gut aus Ich hab ja meinen Cooldown Ne, bei Convoke gibt's nur eins Abhauen Abhauen, Stun, Abhauen und was weiß ich Oder halt unterbrechen, ja Aber die sind halt nicht doof Sind halt so, als wenn die Convoke zaubern, wenn ich vor denen stehe und kann unterbrechen Das ist der luxuriöse Teil hier Hat man fein geschmaust Naja, viel kann ich ja jetzt nicht erkennen Ist einfach eine Fotografie Simon, ist das du? Ich kann deine Fotografie hören Äh, ich... Sie kann uns hören Ich glaub, wir treffen die beide Jetzt haben wir eine Flasche Mit Alkohol oder so Hier gab's einen Auftritt Ja, dann damit können wir uns einen Molotow bauen Oder was? Der sucht sich doch hier Sachen zusammen Ein Stück Stoff Eine Flasche mit Alkohol oder was auch immer Alkoholisch, was leicht brennt Wer kennt das nicht? Wer kennt das nicht? Der selbstgebaute Molotow-Cocktail Oh, es ist dich Warum hast du nichts gesagt? Ist es kein Mikrofon da? Wow Dieses Ort ist ein Schuss Warte, was ist das am Ende des Balkons? Ich steck einen Molotow-Cocktail Und er macht die Kamera sauber Und die gibt uns einen Hinweis Dass hier hinten irgendwas rumliegt Put his legs up His kidneys are starting to fail There is not much we can do for him now There is You know that I'm too tired to have that discussion again What do you want from them? To pray their problems away? It hasn't helped them so far Ah, das war so mythisch Ah, das war so mythisch Ich weiß nicht was zu sagen Was was eben nicht das Ding nochmal Was ist das Ding? Was ist das Ding? Was ist das Ding? Was ist das Ding? Guck mal wie Eva mit uns redet Mit einem W geschrieben Statt mit einem V Jetzt haben wir da irgendwelche Stimmen gehört Oder so Sie redet auf jeden Fall so Als dass sie mitfühlsam ist Wir geben ihr hoffentlich auf Sie muss doch am Leben sein, ey Unterhalten wir uns hier wirklich mit dem Bunker Ich glaube es echt Ich glaube es wirklich Also wir hatten eben eine Tür Das war ja Tee- und Kaffeegeschäft Können wir mal hier kurz reingucken Seht man das nur in so ein kleiner Kleines Räumchen hier Wo man ein bisschen Tee kaufen kann Hier hinter dem Tresen ist nichts Nö Aber ich kann hier um die Ecke gehen Gibt's hier noch mehr außer einem Aschenbecher? Hier geht's ja ganz schön weiter Hier geht's ja ganz woanders hin Ich würde mal sagen Dass wir hier den richtigen Weg gefunden haben Das bedeutet für uns Dass wir nochmal hier rausgehen sollten Um die andere Tür abzuchecken Boah hier gibt's aber viele Das sind die Kunstausstellungen Kann man hier Bilder erwerben Und hier gibt's alles mögliche Tja Schöne Kunst Es gibt natürlich auch Kunstwerke Die ich nicht unbedingt schön finde Aber es liegt wohl in meinem Auge des Betrachters Vor allem abstrakte Kunst Kann teilweise total Komisch sein Kunst Soll aber teilweise auch nur Gefühle erzeugen Weil so ein Wirrwarr von Farben und Formen Oder Harmonie Das ist ja eigentlich so ähnlich wie bei Musik Manchmal hört man Musik Man versteht kein Wort Dass die Geräusche kommen von da hinten Dann gehen wir auch da hin Wir haben ja diesen Weg gefunden Man versteht kein Wort von Musik Aber naja Man spürt es irgendwie Das Spüren ist natürlich auch Gefühl Finde ich immer witzig Wenn manche Leute betonen Dass bei ihnen die denn Der Text so wichtig wäre Und eine Botschaft darstellt Ja das ist wahrscheinlich der Grund Warum das Lied so erfolgreich war Deine Botschaft Ja was für eine Botschaft denn Klar es gibt natürlich auch Lieder mit Botschaft Aber die meisten irgendwie Natürlich besondere Botschaften Die das Lied so irre erfolgreich gemacht haben Glaube ich eher nicht Ich bin kein Kunstbanause Ich hab nur Ich hab halt mein Es gibt halt Kunst und es gibt Kunst Gär Sag ich mal Ich finde es gibt auch sehr hässliche Kunst Gab es da nicht mal ein Beispiel Da haben sie einem Affen Einfach so Farbe in die Hand gegeben Der hat bis durch die Gegend gewackelt Und da haben die Leute Alle möglichen Bedeutungen gefunden Aber wir haben ja einen wöchentlichen Bericht Vom 1966 Also am Montag sind es 46 Gingen 43 kamen Minus Kamen zurück 3 Personen Minus 3 Personen Dienstag 43 gingen 42 kamen Minus 1 Personen Am Mittwoch Minus 6 Personen Am Donnerstag Minus 12 Personen Am Freitag waren es nur noch 22 Und 17 kamen zurück Minus 5 Personen Wenn das so weiter geht Dann sind wir wohl auf gut Deutsch Im Arsch Von was kamen die zurück Oh yeah Jetzt geht es hier runter Schön vorsichtig Ja Ich wende mich Ich wende mich Boah was ist denn das hier wieder für ein Weg Äh Ja Ich denke mal wir Wir lassen uns hier fallen Sind wir jetzt in einem anderen Geschäft Irgendwie Hm Wir sind schon irgendwo im gleichen Areal Aber Da wo wir vorher nicht hinkamen Oder was Greta Ist das die Die so gut singen kann Madame Greta Müller Ja da steht glaube ich Müller Anordnung 262 Im Bunker sind keine religiösen Oder ritualistischen Objekte erlaubt Gegenstände dieser Art Können anonym in diesen Raum Abgegeben werden Wer dennoch mit solcherlei Gegenständen aufgegriffen wird Wird des Hochverrats Bezichtigt Dominika Aber die hat hier alles hier echt Ziemlich im Griff Ich weiß nicht genau Was sie so daran stört Das ist Greta Müller Der Nachtikal von ganz Deutschland Religion und jegliche Form von Ritualen Wo bin ich denn jetzt Jetzt bin ich auf der anderen Seite Von dieser großen Das ist irgendwie so eine Einkaufs Einkaufshalle oder sowas Hier wollen wir anscheinend rein Wahrscheinlich sollen wir erst mal Da hinten hin We are weak back and forth by the game But our values Remain unchanged Our fathers Our mothers Our grandmothers and grandfathers They all shed their blood for principles Today So too will we shed our blood But this time We shall conquer and seize our future Wir werden siegen Das ist wahrscheinlich Dominika gewesen Ja Ich denke mal Hier geht es nicht weiter Einfach nur mal einen kurzen Blick Was ist denn hier ausgestellt Was steht denn hier Deutschland Erwachet Dann kommen wir hier rein Möchte Ne Es geht jetzt anscheinend Schnurrstrax hier Die Einkaufsboulevard Weiter Das wäre eigentlich nur der Weg Hier Was ist das hier für ein Konstrukt Hat mir hier noch ein bisschen rumgebaut Das da ist offen Hier gibt es gar nichts Hm Okay Gibt es denn noch diesen verbleibenden Weg An alle Allein schon der Verrat Bei der Verteilung der Lebensmittel Hätte der Tropfen sein müssen Der das Fass zum Überlaufen bringt Ich hätte wissen müssen Dass man nicht vernünftig mit ihnen reden kann Ich denke nicht Dass jetzt noch irgendjemand Zweifel hat Wir schlagen zur Mittagszeit zu Denkt daran Dass diese Menschen nicht mehr die sind Die ihr einst kanntet Er hat sie manipuliert Hab kein Mitleid mit ihnen Sie hätten auch keines mit euch Ein R Er hat sie manipuliert Davor hieß es doch Dass irgendwie der Bunker Als R bezeichnet wurde Er der uns beobachtet Und alles mitkriegt Es sei denn Wir schreiben es auf Ich habe dich Ich habe mich überrascht Ich habe dich Ich werde dich Hey Ich bin Ich bin Ich bin Ich habe dich Ich habe dich Ich hoffe Du hast Du hast Okay. Mein Mutter ist gestorben. Ich glaube, der Mann auf dem Bild ist mein Vater. Ich habe eine Steinschleuder. Das ist doch Schrott. Ich glaube, brauchen wir jetzt auch nicht. Sagen wir mal das. Jetzt meint die, also Eva ist in den Krakau geboren. Sag mal. Hä? Wo soll ich jetzt eigentlich weitergehen? Jetzt haben wir mit ihr so ein Gespräch geführt. Nein, ich konnte es mir auch nicht vergreifen, das auszuwählen, das mit Eve, gell? Ja, Eve und Eva sind aber schon nahe beisammen, gell? Ich glaube auch nicht, dass es ein Zufall ist. Wer ist dann eigentlich er? Wenn die am Anfang diese Bunkermaschine als er bezeichnet haben. Ah, wir nehmen jetzt diesen Aufzug da hoch. Ähm, vielleicht wurde er ja getötet und daraus ist dann Eva entstanden. Ich muss doch da irgendwie jetzt hoch, oder nicht? Es gibt keinen anderen Weg. Aber irgendwie will er nicht dahin. Äh, das ist natürlich jetzt für mich ein bisschen verwunderlich, weil alles, alles eigentlich hierher geführt hat. Das Problem ist nur, dass hier erstmal nix ist. Und hier eine Kletterpartie einlegen möchte er ja auch nicht. Das ist ja hier so ein Lastenaufzug. Und den könnten wir doch auch nehmen. Aber hier möchte er nichts tun. Vielleicht mache ich einfach nochmal ein Gespräch. Ich frage nochmal Eva. Wie soll ich von hier aus wegkommen? Eva, bitte melden. Eva, bitte melden. Hier ist doch auch nix. Shit. I am stuck. Äh, das gefällt mir jetzt gar nicht. Ich finde nicht, dass wir nicht genügend, äh, rumgeguckt haben. Ich meine, hier wollte er ja nirgendwo rein, was ja auch ein bisschen komisch ist. Hier soll er immer nicht rein. Aber da hinten ist ja auch so ein Konstrukt, gell? Vielleicht kann ich ja doch hoch. Nachdem wir besondere Anstrengungen unternommen haben, um in diesem zweiten Bereich des Boulevards zu sein. Weil ja das durch diese Barrikade da vorne verdeckt, blockiert war. Sind wir jetzt hier gelandet? In dem Raum lag auch links noch ein Zettel, wenn du reinkommst. Ja, den Zettel haben wir, glaube ich, gelesen. Den haben wir gelesen. Das war... Da ging es nur, dass die... Das ging nur darum, dass sie diese Nacht zuschlagen wollen. Aber ich kann gleich nochmal gucken, wenn ich nichts finde. Weil irgendwo muss es doch weitergehen. Wir haben ja das Gespräch mit Eva. Das muss da hinten irgendwo weitergehen. Wir sind hier durch diese Tür gekommen. Nachdem wir voll rumklettern mussten. Um dieses Areal hier überhaupt zu... Zu erreichen. Hier möchte er nicht rein. Es bleibt ja nicht viel übrig. Mach keinen Quatsch hier. Also ich glaube, der Zettel in dem Zettel... Das war, glaube ich, nur der Zettel, wo es hieß, dass sie zuschlagen wollen. Weil die gesagt haben, dass diese eine Gruppe von Menschen nur manipuliert worden ist von ihm. Ich kann mich aber nochmal besonders umschauen. Das muss doch irgendwas hier sein. Da unter dem Bild. Das meinst du ja. Ja, guck mal. Das ist hier... Da. Verrat. Bei der Verteilung der Lebensmittel. Wir schlagen zur Mittagszeit zu. Denkt daran, dass diese Menschen nicht mehr die sind, die er eins kanntet. Er hat sie manipuliert. Hm. Jetzt muss ich mir noch was geben. Äh. Ach, hier um die Ecke, gell? Guck mal. Ach, ne Quatsch. Ich bin ja... Ich hab nur hier gesprochen. Oh, und guck mal hier um die Ecke. Mensch mal, da muss man ja echt langsam, langsam gucken, ja. Ja gut, ich bin ja nicht so viel durch die Gehen gehüpft. Ich hab den Weg gefunden. Also hat mich der Hinweis mit dem Zettel ja dann am Ende doch irgendwo hingebracht, wo ich hin soll. Wir hätten, wenn wir direkt hierhergekommen, gegangen wären, hätten wir das Gespräch mit Eva gar nicht gehabt, gell? Hm. Ähm, naja. Der Hinweis war doch schon... Jetzt haben wir wieder eine Erinnerungskapsel. Ey, diese Dinger sind doch einfach nur komisch. Ja, steck ein. Erinnerungskapsel ist ja eigentlich eine Aufzeichnung von etwas, was vergangen ist. Was man eigentlich gar nicht ändern kann. Aber dann kommen irgendwelche komische Abfragen und ich soll irgendwas auswählen. Wo ich jetzt eh... Ich hab keine Zeit dafür. Ich weiß auch nicht genau, was ich dann nehmen soll, aber okay. Ich hab keine Zeit dafür. Wir können ja auch eine eigene Entscheidung treffen, Madame Eve. Wir lassen die jetzt mal abspielen, ey. Ich hätte aber kein richtiges Argument gehabt dafür, nur weil es immer um Verraten und Zerstörung geht. Heißt ja nicht, dass wir dieses Wissen da nicht dennoch gebrauchen können. Okay, jetzt geht es wieder los. 21. März 1966, Wiedergabe vorhandener Systemaufzeichnung. Berechnet den Strahlenwert einer Oberfläche. Verhandeln. Die Götter? Ja. Verhandeln. 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 Sicherheitslücke festgestellt. Verhandeln. 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 Wenn ich nichts mache, muss ich jetzt was drücken. Und wenn wir was auswählen, kann ich nicht wirklich. Ich kann nur drücken, damit es weitergeht. Der möchte jetzt irgendwie eine Barriere aktivieren, damit sie die Brücke nicht passieren. Und wenn ich nichts mache, Ermittlung der Position abgeschlossen. Wir kriegen hier eigentlich durch diese Erinnerungskapsel nur mit, was natürlich schon passiert ist. Wie er irgendwie mit der Maschine kommuniziert, die er anscheinend ein eigenes Denken hat. Aktivieren. Tor 03302 schließen. Geschlossen. Suche nach Waffenwarnung. Stumpfe Waffen erfasst. Gefahrenstufe hoch. Ah, die greifen jetzt gerade an. Schließen. In die Luft her. Der redet mit der Maschine, gell? Es befinden sich 14 Zivilisten in der Schusslinie. Einsatztödliche Gewalt. Nee. Ich bin nicht für diesen komischen Typen da, ey. Wir haben nicht viele Nahrungsmittel und er will ein Drittel an die Götter irgendwie opfern. Das ist ein verrückter Typ. Nicht autorisieren. Kolonisten erfasst. 43. Sprengmunitionenladen, Warnungen, Eve-Konsole wird menschlicherweise beschädigt. Zündung des Sprengkörpers? Jetzt macht er was anderes. Leute, hier sterben gerade die ganzen Leute. 23, schwer verletzt 19 Personen. Ist mir egal, was ich hier mache. Und so meistens wäre was für unseren Lonely. Sad Lonely. Boah, ich glaube, der mag auch irgendwie solche Spiele. Aber der hüpft ja in seiner alten Wohnung rum und muss da eigentlich irgendwie ganz schön viel... Hier ganz schön viel machen, ja. Das ist schon krass. Wenn man umzieht, da hat man ja eigentlich in der neuen Wohnung ja auch viel zu tun. Und dann muss man noch in der alten Wohnung was machen. Das ist die Brücke. Wir haben die Sprengung der Brücke, haben wir jetzt dazu entschieden, dass wir sie nicht aktivieren. Hätte ich das gemacht, könnte ich diese Brücke wahrscheinlich gar nicht benutzen. Das hat am Ergebnis ja eigentlich nicht viel gemacht. Weil es sind ja dennoch viele Leute ums Leben gekommen. Aha. Aber ich kann jetzt die Brücke benutzen. Ich kann also... Ich verstehe das doch nicht. Das ist doch Quatsch. Oder? Beeinflussen wir unsere Entscheidung? Zwar erleben wir das, was... Hier ist doch gesprengt worden. Ach doch, ey. Das wurde doch gesprengt. Oh, ey. Ich bin in ihr, ey. Ich bin in ihr, ey. Und Yves wollte nicht, dass wir diese Erinnerungskapsel abspielen. Wir hätten es auch entscheiden können, das nicht zu tun, irgendwie. Aber das wäre natürlich total langweilig, oder? Da hinten ist ein Leuchtturm. Ich denke mal, wir verlassen das hier, das Areal. Da bin ich ja mal gespannt, ey. Wir müssten ja theoretisch jetzt die vierte Ebene erreichen. Aber warum ist denn der Junge hier so sicher, dass dieser Lucian... ...der, dieser Religiöse, der die Nahrungsmittel opfern wollte, obwohl sie eigentlich knapp sind... ...sein Vater ist? Ich weiß gar nicht, wie der darauf kommt, aber okay. Das ist verschlossen. Ich werde nochmal kurz einen Sprint hier runterlegen, auch wenn es nicht unbedingt auf dem Sprint aussieht, aber... ...passt schon. Da könnte ich hier die... ...die Treppe nehmen, oder was? Diese Tür ist für uns nicht benutzbar. Ja, hier könnte ich die Treppe nehmen, aber was war denn da hinten um die Ecke? Wieder eine Möglichkeit, mit Eve zu reden. Und einige dieser Stellen sind nämlich ziemlich optional, gell? Hm, da gibt es irgendwelche Kittel. Sonst aber auch nichts. Das ist jetzt immer dieses Hochdrücken. Okay, gehen wir einfach hier weiter. Also, Abschrift einer automatischen Aufnahme, ausgelöst durch die Erkennung des Stichwortes Ziege. Über das Kommunikationssystem. Also, Sophia und Alocz unterhalten sich. Äh, diese Ziege. Irgendetwas war seltsam an ihr. Was meinst du denn damit? Hatte Hörner. Ja, ein Schwanz. Eine Ziege, wie jeder andere auch. Aber hast du gesehen, was sie gemacht hat? Was eine Ziege nun mal so macht, hat rumgestanden. Genau. Sie stand im Gras und hat nicht ein einziges Mal davon gefressen. Vielleicht hatte sie keinen Hunger? Alocz, hast du schon einmal eine Ziege gesehen, die keinen Hunger hatte? Das ist wie ein Kalb mit zwei Köpfen. Erinnerst du dich nicht, wie die Ziege der Slachex 43 all das Gras in unserem Hof und dann sogar deinen Gürtel gefressen hat? Und du deine Hosen mit Bindfaden festmachen musstest? Du weißt ganz genau, dass Ziegen wahre Nimmersatte sind. Ich sage dir, irgendetwas stimmt mit dieser Ziege ganz und gar nicht. Na, es ist eine Wunderziege. Vielleicht fressen Wunderziegen nur wunderliche Sachen. Du alter Narr. Die kann man nur so gutgläubig sein. Wenn eine hübsche junge Dame ihren Rock für dich heben würde, würdest du glatt glauben, es ginge ihr um dein Herz. Und nicht etwa um den Trockenfleischvorrat in der Speisekammer. Eine Ziege, die nicht frisst. Hm. Sicherheitsschuhe tragen. Vorsicht, Absturzgefahr. Hier komme ich aber eh nicht weiter. Das ist wieder eine Sprechvorrichtung, aber da komme ich ja gar nicht dran. Ja, hier können wir ja unter uns unterhalten. Machen wir das zuerst. Was ist denn los? Die kann uns nicht sehen. Ne, ich weiß nicht, ob das so viel gemacht hat. Und das macht es auf jeden Fall zu. Das da hinten macht die Tür auf. Das wird ja wohl gut sein. Dann mache ich auf jeden Fall wieder die Türen auf. Der mittlere hat ja einfach nur die Türen wieder zugemacht. Okay, ich denke mal, wir können jetzt... Das Ding geht natürlich erst, auch wenn ich hier hochkomme. Ich habe mich schon gewundert, ob diese obere Tür jetzt auch offen ist. Äh, naja, irgendwo... Da will er aber nicht hin. Ne, wir klettern hier runter. Oh Gott, wir werden verarbeitet. Also hier hat das Laufband gestoppt. Sonst wären wir jetzt zu Hackfleisch, äh, geworden. Hier sogar noch das Hackfleisch. Äh, ne. Ei, 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 ei. Ja, sag mal so. Du warst heute siebenmal die andere Seite für Tank-Trinket. Dafür hast du das... T-D-Trinket bekommen? Ja, aber du kannst doch nur ein Trinket kriegen. Ich meine, das eine Trinket, äh, das kriegst du doch nur, wenn du, äh, für... Wenn du Beutespezialisierung Damage-Dealer machst. Und das andere Trinket droppt, glaube ich, nur, wenn du Beutespezialisierung für deinen Tank-Spec machst. Beide können eigentlich nicht gleichzeitig droppen. Das wurde so aufgeteilt. Da kann man sich für Damage-Dealer oder für Tank entscheiden. Da würde ich mal nachgucken, gell? Musst du Rechtsklick machen auf dein Profil. Achso. Naja, gut, wenn es bei dir so funktioniert. Bei deiner, bei dem, bei der andere Seite. Ich weiß nur, dass zum Beispiel im solchen Sturz kriege ich das Ultra, da kriege ich dieses eine Trinket, nur, wenn ich Damage-Dealer-Spec auswähle. Ja. Also. Jetzt sind wir hier in einem Gewächshaus. Ja, manche Sachen überschneiden sich auf jeden Fall, Samasu, gell? Stenografische Aufzeichnung, Anfrage. Laut den Siedlungshauptmann hätten wir bis spätestens zum 1. März 1960 200 Tonnen Dinkel geliefert bekommen sollen. Bisher ist keine Lieferung dieser Art eingetroffen. Dies ist eine Angelegenheit von höchster Wichtigkeit. Ich erwarte unverzüglich Antwort. Antwort. Ihre Anfrage ist eingegangen. Die Verzögerung entstand durch die unermessliche Dummheit dieser polnischen Straßenräuber. Sie haben versucht, einen SS-Außenposten in die Luft zu sprengen. Doch ihre Sprengkörper explodierten zu früh. Dadurch zerstörten sie ein naheliegendes Lager, in dem sich der Dinkel befand, der für Sülzendorf bestimmt war. Wir werden den Dinkel so bald liefern, wie es uns möglich ist. Ey, das mit dem Dinkel, das ist ja schon fast komisch, ey. Soll ich da in diese Gewächshäuser gehen? Naja. Und die andere Tür macht einfach das Gleiche, oder was? Na, komm mal her. Ey, was geht denn ab? Ja, jetzt ging's ja, jetzt ging's ja. Okay, ich denke mal, wir sind hier richtig. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich, wenn ich beim Dämonenjäger, hab ich, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt irre. Aber ich hab mal, äh, die D-Spec gesehen. Da ist, da ist dieses eine Trinket, diese Blut, äh, diese Schuppenbarriere, die Schaden absorbiert. Und Schaden absorbieren ist ja, hat mit Damage-Dealen eigentlich auch nichts zu tun. Das ist ja, das Trinketroppt auf jeden Fall nur, wenn ich Tank auswähle, ja. Also diese Schuppe mit dem Schaden absorbieren. Oder die Schaden macht und dann, dann ein Schutzschild erschafft. So, jetzt sind wir hier. Sonst ist hier eigentlich auch nix. Ich denke mal, ich muss jetzt da. Aber hier sehen wir noch einen Raum. Okay. Hier gibt's noch was für uns zu lesen. Okay, die Menschen, die werden immer verrückter. Durch dieses ganze Glauben an die Ahnen. Geschichte. Sie wollen Opfer da bringen. Wir haben nicht genug Nahrung, um sie einfach so wegzuwerfen, damit die Götter ein Fest mal genießen. Ich muss mir etwas einfallen lassen, um die Götter zufriedenzustellen, ohne die Gaben zu opfern. Es muss ein Feuer geben. Ansonsten nehmen sie es mir nicht ab. Und wenn ich etwas darauf werfe, müssen irgendwie Flammen auflodern. Vielleicht eine Art LED? Ich glaube, ich glaube, ich habe ein paar Lampen hier irgendwo gesehen. Ich muss diese Idioten nur von dem gesegneten Feuer fernhalten, sonst durchschauen die das noch. Der heilige Baum sollte ein geeigneter Ort für das Feuer sein. Hinter dem Feuer muss ein Hohlraum mit einer photovoltaischen Zelle sein, die an einen Stromkreislauf angeschlossen ist, der einen Impuls aussendet, der die Flamme auflodern lässt. Darunter könnte es ein Behältnis für die Opfergaben geben, sodass sie direkt zurück ins Lager gehen. Denn, verdammt, wenn ich gewusst hätte, dass ich mich jemals so sehr mit Elektrik herumschlagen müsste, wäre ich niemals ein Priester geworden. Lol, der Priester sagt, die Menschen werden ihm zu verrückt mit dem Glauben und hat ein künstliches Feuer erschaffen wollen. Hm, das müssen wir uns wohl merken, gell? Wenn wir irgendwelche Flammen sehen, dann gehen wir einfach auf die Flammen durch. Die sollten uns nicht den Weg versperren. Hm. Depression. Oh, wir sind jetzt beim vierten Kapitel. Es gibt ja eigentlich nur fünf Kapitel, gell? Ja, das Spiel ist auch relativ kurz. Also. Wir sind jetzt beim vierten Kapitel. Gesellschaft nur vier, wir sind da angekommen. Oh, wir treffen sie wohl bald. Und unser Ziel... Depression ist jetzt die vierte Stufe der Trauer. Ich sehe nicht ein Mikrofon. Wie hört ihr mich? Ich weiß nicht. Sie weiß nicht, wie sie uns hört. Achtung, Oberbefehlshaber der militärischen Kolonien, streng geheim. Wenn der Zivilkommandant a. Unfähigkeit beweist, den Abschluss des EVE-Projekts gefährdet, die Kolonie in Unruhe versetzt oder das Fortbestehen dieser in Gefahr bringt, die Produktionsrate in drei aufeinanderfolgenden Monaten nicht erfüllen kann. B. Zeichen von Unvermögen aufweist, mentale oder physische Unzulänglichkeiten, die zur Einschreckung der Erfüllung seiner Pflichten führen, soll dieser unverzüglich aus dem Weg geräumt und ersetzt werden. Heil dem Führer. Reichsführer SS Heinrich Himmler. Okay, gab es nicht irgendwelche Anweisungen? Hm. Ich denke mal, wir sollen da weitergehen. Okay, sie kann uns irgendwo hier sehen. Hier ist ein Schlüssel oder was? Das wird ja wohl kein Ding sein, äh, irgendeine Seriennummer erkennt. Das geht hier halt nicht, gell? Ja, ist es zu eng oder was? Das ist ja schön und gut. Wo finde ich denn diesen... Mhm. Äh, wir treffen sie jetzt bald. Wir können jetzt hier runtergehen. Cool. Oh je. Also viertes Kapitel, Depression. Setz die Oудtik. By the way... I heard everything you said from there, in the food processing place... Oh, I just wanted to tell you that I understand. I know what it's like to be left alone. Things stop making sense, everything, everything's hopeless, but you have to keep going. Especially now, when we are so close. The control room is somewhere on this level. Entschuldigung. Those delaps? It looks more like a prison to me. So this is where they kept the criminals? I don't seem to have any control over this place. Its core architecture is much, much older than anything else around here. It's not even connected to the mainframe. You know a lot about this stuff. Well, I have a lot of time on my hands just sitting here. Here are the labors. Ok, now... We can't go in. Here is actually something. We can open these doors first. Here is also... We can see what's on the table. Or... 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 ... We can see what's on the table. We can see what's on the table. We can see what's on the table. Try opening up the cells. Lol? Mit einer Karte kommt man runter? Regeln und Vorschriften? Jede Frau, die am Programm Quelle der Intelligenz teilnimmt, erhält für gutes Benehmen eine Lochkarte, die einmal verwendet werden kann. Mit einer solchen Lochkarte kann das erste Stockwerk des Komplexes ein einziges Mal besucht werden. Belohnungen für gutes Benehmen gibt es durch das Einhalten folgender Regeln. 1. Ausgangssperre. Teilnehmerinnen dürfen ihre Zimmer zwischen 21 Uhr und 6.30 Uhr nicht verlassen. 2. Hygiene. Teilnehmerinnen müssen auf eine gute persönliche Hygiene achten, die Sauberkeit wird stets überwacht. 3. 4. Medikamenteneinnahme. Teilnehmerinnen bekommen vom jeweiligen behandelten Arzt eine Medikamententherapie verschrieben. Medikamente müssen gemäß der Anweisung eingenommen werden. 4. Ernährung. Teilnehmerinnen müssen alles zu sich nehmen, was ihnen zugeteilt wird. Die oben genannten Regeln können von den behandelnden Ärzten geändert werden. Widerstand gegen die Anweisung des behandelnden Arztes können mit dem Tod bestraft werden. Das Programm Quelle der Intelligenz. Okay, wir müssen jetzt, ähm, Iva hat ja jetzt gemeint, wir sollen jetzt uns hier umschauen, aber ... Ich komm hier immer noch nicht durch. Jetzt bin ich doch einmal im Kreis gelaufen. eine Lochkarte, um diesen Aufzug benutzen zu können aber in einem dieser Zellen können wir vielleicht eine unbenutzte Lochkarte finden aber ich komme hier nirgendwo rein was habe ich hier bitte übersehen ich kann diese Zellen nicht betreten nee, kann ich nicht diese Zellen sind wie Gefängnisse oder was die lassen sich nicht einfach so betreten und man kann nicht vielleicht hier da jetzt hier rein okay, jetzt können wir hier die Zellen öffnen und noch was lesen oh, warte mal, da gab es einen Hänger ok, sehr geehrter Herr Professor als Fachmann im Bereich der Zahnheilkunde möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die zahnmedizinischen Aspekte Ihres Programms lenken Untersuchungen haben gezeigt dass über 90% aller polnischen Frauen unter Zahnfäule und anderen dentalen Krankheiten leiden was sich negativ auf ihre Reproduktionsfähigkeit auswirkt Zahnkrankheiten verzögern das Eintreten einer Schwangerschaft und sind signifikante Faktoren für Fehlgeburten und niedriges Geburtsgewicht Mundhygiene muss während der Schwangerschaft sorgfältig aufrechterhalten werden das Erbrechen des Gallensaftes am Morgen zerstört den Zahnschmelz die Frauen sollten ihre Mundhöhle nach jedem Erbrechen mit Wasser ausspülen ich schlage vor, dass jede Frau die für das Programm zugelassen wird einer vollständigen Zahnbehandlung unterzogen wird bevor sie aufgenommen wird ist sie einmal dort, muss sie mit Zahnpflegeutensilien ausgestattet und in der Benutzung dieser überwacht werden heil dem Führer Hauptsturmführer Dr. Willy Frank Zahn ärztlicher Berater Achtet, das ist ja krass was Zähne alles ausmachen ich habe schon mal gehört wenn man so Probleme mit den Zähnen hat dass das auch auf die allgemeine Gesundheit sich so stark auswirken kann aber wie sich das hier bei diesen Frauen da so auswirken soll was will sie denn tun wie sollen wir denn hier Respekt erweisen Meinst du mit Respekt erweisen, dass wir jedes dieser Zellen aufsuchen kann ich machen naja, weil hier ist zum Beispiel was zu lesen dritter Tag es ist mein dritter Tag hier und noch immer staunig über die Zustände alles ist so sauber aber beinahe schon steril die Deutschen sind äußerst höflich und das Essen ist fantastisch es ist das erste Mal dass ich regelmäßig so köstliche und sättigende Mahlzeiten erhalte außerdem sorgen sie dafür dass wir uns ausreichend körperlich ertüchtigen und eine gute persönliche Hygiene aufrechterhalten sie achten sogar darauf dass wir nach jeder Mahlzeit die Zähne putzen bevor ich herkam wurden an mir alle erdenklichen medizinischen Untersuchungen durchgeführt das alles wäre wie ein wundervoller Urlaub wenn man davon absieht dass ich noch immer nicht weiß wo ich bin oder warum ich hier bin und ich habe niemanden mit dem ich darüber reden könnte ich teile mir ein Zimmer mit Stefa doch sobald wir es betreten beginnt sie in ihr Kissen zu weinen ich habe versucht mit den anderen Mädchen in der Kantine zu sprechen doch sie starren und verunsichert ins Leere hört uns jemand zu es scheint als wäre ich hier noch eine ganze Weile auf mich allein gestellt wenigstens habe ich dich liebes Tagebuch es käme hier vor wie ein Urlaub so ja dann gehen wir mal in das nächste Zimmer es müsste ja eigentlich dann sechs insgesamt geben oder hier ist auch was auf dem Tisch hier gibt es sonst nichts nur eine benutzte Lochkarte so jetzt laufen wir hier am Eingang dann haben wir hier auf der Seite hier noch drei von viele Kreuzworträtsel auf dem Tisch ok ok ein vierleitertes Wort für heaven ist es nicht hilf das ist es verdammt sogar die Kreuzworträtsel hier sind depresend diese schilder habe ich gehört über sie meine Mutter habe ich etwas so gesehen es ist wahrscheinlich nur eine Coincidence weiß ich nicht das Foto von unserer Mutter mit dem Mann ist doch auf Ebene 04 gemacht worden wir sind doch hier oh Gott oh je das ist ja ein Brief von unserer Mutter von Sosia liebes Lava ich werde dir ewig für das dankbar sein was du für mich getan hast er sieht genauso aus wie ich ihn in Erinnerung habe ich habe schreckliche Angst bekommen als sein Bild vor meinem geistigen Auge zu verplassen begann doch nun dank dir muss ich mir keine Sorgen mehr machen er wird immer bei mir sein ich schreibe dir dies weil ich weiß dass du nicht darüber reden möchtest doch ich hoffe dass auch du eines Tages erfahren wirst wie es ist eine Mutter zu sein diese kurzen Augenblicke die wir mit unseren Kindern teilen lassen uns all unser Leid vergessen ich bete zu allen Göttern die mir Gehör schenken dass du bald mit einem Kind gesegnet wirst deine Sosia ey sie hat irgendwas gezeichnet damit damit die Sosia die Erinnerung nicht vergisst was hat sie denn da gezeichnet wir haben wir haben nur noch ein letztes Zimmer hier ist eine Karte brauchen wir nicht ja wir haben ja wir haben ja auch schon die unbenutzte alles überbuchert so dann sind wir ja jetzt bei dem mit unserer Lochkarte die Quelle der Intelligenz ey sag mal wir gehen jetzt runter zur Quelle Intelligenz es ist am Ende das Projekt Eva mit dem wir uns die ganze Zeit unterhalten könnte sein ich denke mal wir treffen Eva bald Eva will erst wieder mit uns reden wenn wir hier draußen sind was ist denn das hier hier wurden die Kinder irgendwie zur Welt gebracht oder was auch wieder Kreuzworträtsel Anweisung für die Auswahl der Kinder für das Programm Quelle der Intelligenz die Kinder die an dem Programm teilnehmen müssen einer strengen Auswahlprozess durchlaufen zunächst sollen Kinder mit arischen Merkmalen identifiziert werden diese werden an echte deutsche Familien weitergegeben oder sobald das Programm begonnen hat an die Kolonisten die übrigen Kinder sollten spätestens wenn sie 5 Jahre alt sind in 3 Gruppen aufgeteilt werden a Kinder die laut der DISC deutsche Intelligenzskala für Kinder als überdurchschnittlich intelligent gelten werden im Programmieren unterrichtet b Kinder mit durchschnittlicher Intelligenz werden auf Feld oder Fabrikarbeit vorbereitet c Kinder die in irgendeiner Form geistig zurückgeblieben sind werden am T4 Programm teilnehmen Hinweis Punkt c gilt nicht für Kinder mit Autismus diese sind zwar sehr eigensinnig doch erreichen erstaunliche Punktzahlen in den Tests 3 Gruppen für Kinder wenn sie 5 Jahre alt werden sehr krass okay hier liegt auch noch was rum okay an Oberdienstleiter Max Pfeiffer zuständiger Zivilkommandant des Bunkers der Gesellschaft ich möchte ich möchte sie darüber informieren dass Ulrika Haas eine unserer Erzieherinnen ihre Unzufriedenheit über die Zustände an unserer Schule immer stärker zum Ausdruck bringt sie findet dass eine gemütliche Umgebung hervorragendes Essen spielerisches Lernen regelmäßige körperliche Ertüchtigung reichlich Freizeit und die modernste medizinische Versorgung nicht für Slaven zugänglich sein sollten sie beschwert sich darüber dass ihre eigenen Kinder Aria ihre Herkunft mindestens über sieben Generationen zurückverfolgen können unter bescheidenen Umständen und ohne eine so umfangreiche pädagogische Erziehung leben müssten außerdem werde ihre Entwicklung erheblich dadurch beeinträchtigt dass sie sich wegen der feindlichen Bombeangriffe in den Bunkern verstecken müssen Dr. Hans Fuchs Erzieherischer Leiter eine der Erzieherinnen Das bleibt ja nur dieser Weg hier Viertes Kapitel Depression Kommt irgendwie Wasser runter Notausgang steht da hinten Das heißt ich gehe jetzt erstmal hier rein Aber hier ist auch eine Tür Was das Äh Weiß ich nicht Nicht so ganz Was denn das für ein Quatsch Jetzt kann ich mir das hier nicht angucken oder was Ach man ich dachte ich muss mal woanders Speicher Speicher laden Okay bestätigen Ich mache mal den letzten Das ist jetzt so eine Auswahl wo ich dann wahrscheinlich wieder so ein Stück Wahrheit nicht gezeigt bekomme Also blöd irgendwie Ich dachte nicht so ganz ich dachte später und es geht dann irgendwie direkt weiter Aber jetzt sind wir wieder hier Passt schon Okay So ich klicke das jetzt einfach an obwohl eigentlich haben wir es ja schon gelesen Anweisung für das Programm der Das ist mit den Kindern ab fünf Jahren in drei Gruppen Bin ich mir sicher Wahrscheinlich ist es so eine schreckliche Wahrheit die wir dann sehen Das klicke ich jetzt auch nochmal an Das könnte nämlich irgendeine Relevanz haben Ich weiß es nicht Aber wenn man es gar nicht gelesen hat So da hinten links ging es da eigentlich zum Notausgang Ja Hier geht es raus Aber wir wollen doch nicht zum Notausgang Hier gibt es wahrscheinlich noch irgendwas Schreckliches zu entdecken Okay erstmal die Schublade hier öffnen Ey ernsthaft Da bin ich überhaupt kein Fan von Warum soll ich hier eine Schublade öffnen Aber darf ich mich beschweren in einem Spiel da ist man nur am Schubladen öffnen obwohl die meisten Schubladen gar nichts haben Also diesmal gucken wir uns hier die Tür an Die Tür ist offen Man kann sich auch dafür entscheiden die nicht diese Wahrheit zu erfahren Mehr nicht Was für eine blöde Auswahl irgendwie im Nachhinein Was will man sich das denn dafür entscheiden dass man sich das nicht anguckt Also wir gehen erstmal nicht Richtung Notausgang jetzt gehen wir erst in diesen Raum Die haben die Kinder hier unterrichtet Okay Sehr geehrter Herr Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf eine Angelegenheit richten die ich als äußerst wichtig für das von ihnen beaufsichtete Programm erachte Die neuesten Forschungsergebnisse von Helga Goebbels zeigen dass das Erlernen von Musikinstrumenten einen höchst positiven Effekt auf die Intelligenz und insbesondere auf die linguistischen Fähigkeiten sowie die Raumwahrnehmung von Kindern hat Die Ergebnisse und Methoden dieser Forschung finden Sie in der faszinierenden Dissertation von Helga Goebbels Das junge Fräulein hat sie unter der Anleitung meines Ehemannes verfasst und wird ihre Schrift bald verteidigen Aus diesem Grund erbitte ich für das Wohl der angemessen geistigen Entwicklung unserer jungen Kolonisten einen Konzertflügel in die Versorgungsgüterliste für die Kolonisten aufzunehmen Dieses Instrument ist optimal um Tonleitern zu üben und somit alle Türen in die Welt der Musik zu öffnen Mein Ehemann unterstützt diese Idee mit großer Leidenschaft Heil dem Führer Ruth Sonnenbruch Hartmann Tja da will jemand anscheinend so ein Klavier haben Ist da eigentlich sonst noch was oder haben wir jetzt nur dieses Klassenzimmer Ja anscheinend Dann können wir jetzt Richtung Notausgang gehen Ab durch die Mitte Ab durch die Mitte Notausgang Wir will eine Runde drehen und sie und Eva will mit uns hier zurück kommen Hier kommen wir nicht runter aber hier gibt es eine Leiter Da bin ich gespannt wie das nächste Kapitel für den Titel trägt Wenn wir jetzt Hä? Dann ist sie am Ende doch keine Maschine Sie ist ein Programm von Sie ist ein Kind des Programms Quelle der Intelligenz Sie ist hier aufgewachsen und hat es für eine Stadt in den Bergen gehalten Naja kann man das sein für eine Stadt in den Bergen halten Loll Das sieht schon irgendwie schön aus hier Oh mächtiger Willis Die alte Piasnik gönnt dir das Opfer nicht hat sie selbst gesagt hat ihrem Ehemann gesagt dass er dumm ist weil er dir Fleisch gibt hat gesagt er hätte dir eher Brot geben sollen Die Alte teilt doch nur damit keiner sie für geizig hält Bitte bestrafe sie mächtiger Willis sie hat es verdient Ich bin deine treue Dienerin und verdiene Belohnungen Ich wünsche mir Gesundheit Reichtum und den Ring mit dem roten Edelstein den die Piasnik von den Deutschen geklaut hat Die Alte verdient den eh nicht Mächtiger Willis Mächtiger Willis Ich könnte jetzt hier so weiter gehen oder auch mal hier gehen erstmal hier in die Mitte Ihr Vater Rituale Ist sie unsere Schwester Löl Möchtest du dass ich die das Ritual beende dass ich ihre Strafe dafür dich hier zurück zu lassen wir fragen sie einfach mal Ja das Dorf ist auf jeden Fall cool gemacht Motion Mächer gell Mit dem heiligen Relikt Ich denke immer dass hier die Wohnquartiere sind Ja das ist ja lustig hier Ja Hallo Ozan Oztürk Ipanema zockt das auch Naja Die spielt glaube ich jedes fast jedes Spiel Die zockt ja fast jedes Spiel Ich bin da ein bisschen wederischer Aber ich finde das Spiel eigentlich ziemlich cool Was Also wenn das hier ihr dann nehme ich ja doch alles zurück sie ist keine künstliche Intelligenz aber wo finden wir jetzt die Haarnadel von ihr Sie kann sich nicht daran erinnern was für was das K steht bei ihrem Namen Aber dieses Ritual wollte ich auf jeden Fall auch mit machen Ich versuche eigentlich solche Spiele einmal durchzuspielen und so ziemlich alles von der Geschichte mitzunehmen und mir reicht es dann auch weil dann finde ich die schon cool Aber hier sollte man das eine doch finden ob das mal gefährlich wird die Relikte für Eva zu sammeln und das Ritual zu beenden Tja die andere Version wo finden wir die Haarnadel ihre Haarnadel habe ich gar nicht gesehen war ja eigentlich hier ich glaube es liegt einfach hier rum und hier ist was anderes eine Brille hier hat sie das zum letzten Mal gesehen finally can't find it I Can't find can't find it I guess we'll have to find something else instead how about the ring on the draw ring yes that could work you just have to bless it but that's not going to be difficult now let's look for an animal offering there is a workshop behind the stage we'll find it there Ich denke mal, die Geschichte mit der Haarnalde kriegen wir auch noch mit, oder was? Hm, da ist eine Brille. Hat unser Vater auf dem Foto auch so eine Brille an? Hinter dem Altar ist eine Werkstatt und dort finden wir das Tieropfer. Ich mache die ganze Zeit das, was sie will. Naja, ich mache ja eigentlich, im Grunde genommen, wenn ich Nein sagen würde, würde ich ja etwas nicht erleben. Das ist ja nicht so, wenn ich in der... Ich spiele bei solchen Spielen immer so den Weg, dass ich möglichst viel von der Geschichte erlebe. Weil wenn man einfach Nein sagt, dann ist es einfach weg. So wie mit der Tür öffnen. Will ich die Tür öffnen? Nein. Dann sehe ich nicht, was dahinter liegt. Sag ich Ja? Ja, dann sehe ich wenigstens etwas. Ich kriege ja nichts im Austausch dafür. Ich würde dann wirklich einfach weitergehen. Großer Willis, bitte segne mich mit dem Geschenk der Mutterschaft. Lass mich dabei zusehen, wie meine Kinder das Gehen und Sprechen lernen, wie sie heranwachsen und mich und meinen Ehemann im Alter unterstützen. Ich habe bereits versucht, mich selbst mit Primell und Leinsamenöl sowie mit Mönchspecherextrakt zu behandeln. Ein Kräuterheiler, mit dem ich befreundet bin, gab mir Mixturen aus Frauenmantel, Schafgarbe, Weinrautenblättern, Honigklee, Lavendel, Kalmuswurzel, Ringelblume, Hopfen und Hagebutte. Nichts hat geholfen. Die Jahre vergehen und ich fürchte, dass mein Schoß bald unfruchtbar sein wird. Wenn du mich mit Kindern segnest, werde ich dafür sorgen, dass sie dich bis ans Ende ihrer Tage verehren. Du bist meine letzte Hoffnung. Bald kann ich gar nicht mehr so viel reden hier. Ich verlese mich hier gerade. Also, habe ich jetzt jede Ecke gesehen, weil das ist nicht gerade sehr übersichtlich gebaut. Ja, also hinter dem Altar gibt es eine Werkstatt, hat sie gesagt. Ich meine, vielleicht spielt ja jemand das so durch und macht einfach immer das Gegenteil und ist voll böse irgendwie zu Eva. Waren wir hier schon? Ah, hier war ich doch schon, gell? Hier gab es das... Hier ist doch eigentlich... Ist das die Werkstatt oder was? Hinter dem Altar. Ich will nur keins... Ach man, ich habe hier ein bisschen die Orientierung verloren, muss ich sagen. Wir sind von hier aus gekommen, oder? Ja, ja. Wir sind von hier aus runtergekommen. Hier müssen wir nichts mitnehmen. Hier haben sie sich nur gewaschen. Dieses Dorf sieht echt cool aus, ey. Die sieht echt cool aus. Bin ich hier gelaufen. In der Mitte habe ich quasi dieses Ritual. Ich habe jetzt nur den Ring. So, ich lasse jetzt mal diesen Ritual in der Mitte. Anscheinend gibt es hier dann den Ausgang. Ach, hier ist die Werkstatt. Ja, hier ist die Werkstatt. Da sieht auch aus, gell? Bau... Bau eine Statue. Als wäre das keine große Sache. Ich habe in meinem Leben schon jeden möglichen Schwachsinn zusammengezimmert. Als ich eine Sommervilla für den Polizeioberhauptmann in Ovischimch verkleidet und überdacht habe, wäre er vor Verzückung beinahe in Ohnmacht gefallen. Nur deshalb haben die mich ins Lager gebracht, anders als meinen Vorgänger, der den Auftrag vermasselt hat. Diese Gebilde, die ich außerhalb von Lokta für die Untergrundbunker gebaut habe, in denen die Parteigänger von Majo Dali Dali lebten, haben eine komplette Bombenladung überstanden. Aber eine Statue? Ich bin doch kein Holzhackender Kunstschnitzer. Nein, ich bin Zimmermann, verdammt. Lokshan weiß vielleicht alles über die Götter, aber er hat absolut keine Ahnung von Holz. Doch wenn die Götter auf seiner Seite sind, sollte ich besser keinen Aufstand machen. Da bleibt mir wohl kaum eine andere Wahl, als diese dämliche Statue für ihn zu bauen. Ey, dieser Lokshan, der entwickelt ja eine neue Religion. Und der Junge denkt, das wäre sein, hier ist das Tieropfer, oder was? Das ist doch eine Pumpe. Also eine gute Geschichte. Wer ist Antec? Ach, sowas. Also dieses System ist so doof, man soll direkt was auswählen. Und wenn man nichts auswählt, innerhalb von einer Sekunde, dann passiert es nicht mehr. Oh, das sieht auch cool aus. Also wir haben jetzt unser Tieropfer, in Form von einem Holzschnitzerei. Oh, das sieht ja wirklich cool gemacht aus, ey, muss ich sagen. Jetzt habe ich, glaube ich, jede Ecke hier mal durchgeguckt, bevor wir das Ritual abschließen. Weil wenn wir das Ritual abschließen, dann ist natürlich... Ah, das sind die Toiletten hier, gell? Das ist wirklich ein ganzes Dorf hier. So, und da hatten wir ja den Ring gefunden. Jetzt sind wir komplett ready. Ich bin auch gespannt, wie das hier am Ende endet. Jetzt können wir alles reinlegen. Wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Nur ein paar Worte. Was für profond, die Gäste lieben das. Wie soll... Hm. No matter how dark the night, new day sun will rise. Yeah, that works. I think we did it. Their Germany should be successful now. Wherever they went. Thank you for doing this for me. Okay. Since you grew up here, and the people from that recording move here, did you recognize any of them? Like Lucian? That scientist? I don't remember anyone like that. At least I don't think I do. Hmm. Wir haben das Ritual beendet. Dann können wir jetzt zum Ausgang gehen. Ähm, der sollte nicht hier sein. Ich bin auch gespannt. Also mittlerweile denke ich, dass Eva vielleicht doch irgendwie lebendig ist. Sie ist hier aufgewachsen und hat Erinnerungen. Aber irgendwie lückenhaft, gell? Lückenhafte Erinnerungen. Wo war denn der Ausgang jetzt nochmal? Ja, wenn etwas so kreisförmig aufgebaut ist, bin ich erstmal immer am gucken hier. Ja, das kennen wir ja. Ach, hier ist der Ausgang, genau. Ich bin glücklich, dass wir das Ritual beendet haben. Der Reise sollte jetzt sicher sein. Und vielleicht auch unsere werden wir. Und die Überraschungen, Motionbeaker, gehören eigentlich fast bei jeder Geschichte irgendwie dazu, gell? Also, egal was wir uns denken, gell? Es sollte ja nicht unbedingt genau so kommen. Oder man sollte sich wenigstens unsicher sein. Hier ist auch wieder dieses Symbol. Aber eigentlich haben sie doch das Symbol von dem Bunker übernommen und irgendwie noch weitergemacht. Okay, hier ist glaube ich sonst nichts. Schmetterling. Schmetterlinge. Täusch, ich meine, es geht hier weiter. Hm, wir haben hier so eine Leitung. Hier ist wieder so eine Schnitzerei oder aus Stein. Hier sind so Gläser. Klarscherben irgendwie. Ich liebe dich. Die Trin. Es ist so genau wie die in deinem Mannsdrehen. Das ist Fluxian, die Mann, die du recherchst. Und hier ist Dominika. Sie sehen, wie sie waren Freunde. Sie verändern. Er hat definitiv geredet. Ehemann? Leute, das sind wir? Da fehlt doch ein Foto! Aha Wir sind das Baby auf dem Foto, unser Vater ist Lucian Tja, das hat er ja irgendwie auch schon vermutet, gell? Guck mal wie das hier aussieht, ey! Das ist ja fast wie ein Märchen irgendwie, gell? Diese Zeichnungen hier Und... Ich will nicht darüber sprechen. Okay, einfach... Ja, okay Aber unsere Mutter hat sich ja mit unserem Vater gar nicht mehr verstanden, gell? Auf dem Foto hat sie ja gemeint, wäre niemand Es muss dein Vater sein... Ich meine... Lucians... Studium Hm... Das Arbeitszimmer Wer versucht er zu retten? Für dich Wenn die Zeit gekommen ist, werden die Götter über meine Taten richten Ich werde mich einzig vor ihnen verantworten müssen Ich werde ihnen gegenüberstehen Und ich werde nicht einen Augenblick zögern Denn ich weiß, dass es kein höheres Ziel gibt Als ein Leben der Rettung seiner Geliebten zu widmen Das... Das Leben zu retten Hm... Eine Audioaufzeichnung Meine lieben Freunde Nein, das ist nicht das Bratsche und Schoste Ja, viel besser Bratsche und Schoste Räumig Es gab viele Erste, die uns zu verlassen haben Dinge, die keine rationalen Erklärung Recoverungen von Krankheiten, die nicht möglich waren Die appearance of farm-animals, die gedacht wurden zu sein Ich habe lange geliebten, dass jemand auf uns hat sich auf uns Still, ich hatte Angst, dass ich meine Gedanken Das ist... bis jetzt... Lücian! Wir haben uns hier gebracht, nach der Lande der Veles der Slavik god der Wasser und der Unterwelt Lücian! Objad! Gib mir einen Moment, bitte! Du weißt, ich bin nervös bevor diese Dinge Ich bin sorry, einfach schnell, es wird kalt Mhm... Das Arbeitszimmer Ich meine, da sind so viele Symbole da an der Wand Hättet ihr da ein neues Symbol kreieren wollen? Brüder und Schwestern Wir wissen nicht, wann wir diesen Bunker verlassen können Wir müssen für uns selbst sorgen Und es freut mich vom Herzen, jeden Tag aufs Neue zu sehen Wie der Geist der Kameradschaft noch immer unter uns weilt Es sind Dinge geschehen, die rational kaum zu erklären sind Lorenz Pijacik hat eine neue Uniformjacke gefunden Als seine Alte nicht länger gepflegt werden könnte Savaschnuva fand eine neue Hake, nachdem ihre Alte zerbarst Und Yedrik Pjevtkov kam wieder zur Gesundheit Obwohl wir nicht wussten, welche Krankheit ihn heimgesucht hatte Oder wie wir sie hätte heilen können Und das ist längst nicht alles Ich habe das Gefühl, dass jemand über uns wacht Und vor kurzem hat er uns ein Zeichen gegeben Der verwobene Pfad des Schicksals Hat uns ins Königreich von Viles, dem slawischen Gott der Gewässer der Unterwelt Doch auch des Gesangs und der Poesie geführt Ich habe das Gefühl, dass er es ist, der hinter all diesen Wundern steckt Er schickt uns Zeichen, damit wir glauben Lasst uns einen Altar und eine Statue errichten, um ihn zu ehren Und uns seine Gunst und seine Unterstützung zu verdienen Das hat der so im Gefühl gehabt Es reicht das, wenn einer das im Gefühl hat und dann machen alle anderen mit Das Ding ist hier nicht zu bedienen oder was Hier haben wir wieder eine Statue Und ein kleines Schaukelpferd Hier ist wieder dieses neu kreierte Symbol Und unten ist irgendwie das Symbol und Da ist irgendwie so eine Art Rakete Wieso gibt es hier eine Zeichnung von den menschlichen Gehirnen Oh, wir erreichen wahrscheinlich bald die fünfte Ebene Das wäre dann auch das fünfte Kapitel Das letzte Kapitel hier In Paradise Lost Naja, das ist auf jeden Fall ein Story Adventure, das ist nicht ganz so lang Oh, wie schön das hier aussieht, ey Oh, wie schön das hier aussieht, ey Motion Maker hat auch so ein Gefühl Äh, also diese Zeit, äh, das macht wirklich keinen Sinn Wie hat denn Eva vor 20 Jahren Bevor die Bomben fielen Obwohl, wir wissen doch eigentlich gar nicht genau, wie alt sie jetzt ist Hier sind die Opfergaben Was ist denn da alles zu sehen? Okay Das ist wie so ein kleiner Schrein Ardenwald 2.0 Also hier sieht es wirklich, wirklich schön aus, gell Da sind so komische Symbole Aha Tja Hier sind überall diese Schreine Sehr interessant Ich kann im Ganzen da jetzt natürlich nicht so viel erkennen, aber Auf jeden Fall haben wir hier ganz viele Symbole Und dann vor allem die Fotos sind natürlich interessant Vielleicht haben wir hier einen, der irgendwas enthüllt Aber hier sieht man eigentlich auch nur ein Symbol Mal auf den Steinen selber Hier ist aber irgendwie auf dem Stein was gezeichnet Soll ich mir das merken? Das kann ich mir ganz leicht merken Das ist das Resident Evil Zeichen Umbrella Ich glaube das war das erste Symbol, wo der Stein auch noch so gezeichnet Da so ein Dreieck auf dem Stein Keine Ahnung Ich glaube zwar nicht, bisher war das Spiel ja eher relativ entspannt Also entspannt, da war ja nicht viel mit Rätseln, muss ich sagen Habe ich anders erwartet Hier ist wieder das Umbrella Symbol in der Mitte Ah, hier ist wieder ein Foto Ah, hier ist wieder ein Foto Das war dein Freund, nicht wahr? War er immer so jung, als es passiert? Dann, was passiert? Eva? Eigentlich kann es ja schon Sinn ergeben, Eva muss ja nicht unbedingt Die kann ja so Keine Ahnung wie alt sein Und dann hier aufgewachsen Haben wir ja auch nicht gesagt wie alt sie ist Hm Geht immer weiter tiefer Tja, es gibt hier auch keinen anderen Weg Ich will hier weg, sagt er Ich will hier weg, sagt er Lol Wem gehen wir denn jetzt denn? Ach, das ist das Feuer für die Opfergaben? Ja Deine Namen ist aus dem Graf Was ist hier passiert? Ich... 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 Nein... Ey, dann stimmt ja irgendwie beides Sie war mal eine Person und dann ist sie irgendwie zu einem Bunker geworden? Ihr Geist? Hier ist auch wieder so ein Alarm aktiviert. Eva Kolenda. Und sie ist unsere Schwester. Ach du Käse, ey. Mann, das ist ja der gleiche Alarm wie am Anfang. Ganz am Anfang, den wir zum Glück hatten ausschalten können. Aber hier läuft er. Wir kommen jetzt, glaube ich, zu dem Kontrollraum, wo Eva gesagt hat, wir könnten sie dort treffen. Wie kommt es, dass sie nicht merkt, dass sie eigentlich gar nicht am Leben ist? Das ist wirklich sehr komisch. Eine Maschine, die nicht merkt, dass sie eine Maschine ist? Aber genau weiß, wie Menschen eigentlich aussehen. Aber ich sehe gerade, meine Grafikkarte geht ja voll am Arsch hier. Das kann ich so nicht lassen. Aber jetzt ist es wieder normal. War das nur ein Bug? Ne. Tja. Lange geht es nicht mehr. Da muss ich mir dann... Aber die Preise für Grafikkarten sind ja momentan echt übel, weil die Herstellung nicht hinterherkommt. Die Nachfrage viel zu hoch ist. Aber wir können keinen Blick hineinerhaschen. Ist es Eva, die uns die... die nicht will, dass wir reinkommen? Und dass wir sogar einen Blick hineinwerfen? Das ist doch der Kontrollraum hier. So, es gibt eh nur einen Weg. Ein Kapitel fehlt uns ja noch. Wir sind beim vierten Kapitel. Depression. Sollen wir da runter? Ich würde mal sagen, es gibt hier keinen anderen Weg. Ja, gehen wir runter. Boah. Das ist doch nicht mal ein Sprung, ey. Ähm. Ja. Ich glaube, Eva muss uns jetzt doch mal helfen. Wir sind jetzt hier runtergefallen. Ach, hier. Jetzt sehe ich, dass du dieses Ding da... Ja, mach, mach. Hm. Die Spannung steigt hier gerade. Oder das Treffen von Eva steht uns bevor. Wo wir wissen, dass sie eigentlich nicht mal im Leben ist. Naja, so wirklich sicher kann man sicher auch nicht sein, oder? Ein Grab. Aber so, wie sie sich verhalten hat. Guck mal, hier liegt noch irgendwas. Eine Quittungskarte. Oh Mann, da ist keine Übersetzung dabei. Heinz Meier. Quittungskarte Nummer 7. Ey, das... Sowas... Liegt hier rum. Invalidät... Invalidität, oder was? Quittungskarte, ey. Das ist ein bisschen komisch. Wenn ich es nochmal anklicke, vielleicht kann ich es dann lesen. Nee, leider nicht. So ein bisschen random. Oh, wir sind im Kontrollraum. Hier sollte eigentlich Eva sein. Ach, hier ist doch gar niemand. Das ist hier so eine random Schublade. Okay. Das hat... Das wurde hier auf einmal verschlossen, als wir uns genähert haben, dass wir keinen Blick hineinwerben konnten. Ob der Vater wohl den Geist von Eva in eine KI gepflanzt hat? Ja, irgendwie so, ja. Du meinst vielleicht ein Experiment schief gegangen? Ja, ich bin auch gespannt, Motionmaker. Letzter Fehlerbericht wird hergestellt. Eva, Hauptrechner Eva steht auf einmal. 86% betriebsbereit. 9. November 1967 Wiedergabe vorhandener Systemaufzeichnung. So will be together. I'm sure of that. But I can't shake the feeling that I'm forgetting something. Stop. The faithful need not be afraid. The faithful are protected. It's cause and effect. Cause and effect. As for the others. We must hope for the best and prepare for the worst. If anything happens, just remember to monitor their heart rates. There's no need for anything drastic. Aktivierung des Überwachungsmodus erfolgreich. Suche nach Waffen, Gefahrenstufe niedrig. Welcome to our humble home. My heart rejoices to see us all together as sisters and brothers. You were all silent here to proclaim your allegiance to the gods. That was the agreement. And you have stood by your word. We who have been blessed by the gods will prove the power of our faith to the doubtful. Suche nach Dominica wasivics. Individuum nicht erfasst. Der Wachposten wird dann der Kundin abgesucht. Das Dorf wird abgesucht. Was muss hier... Warum soll ich denn da was auswählen? Wir wollen doch gar nicht unbedingt, dass sie gefunden wird. Oder? Sie ist wahrscheinlich im Dorf, gell? Nicht im Wachposten. Ne, ich nehme das Dorf. Mal gucken, was passiert. Achtung, Achtung. Zu Übersicht wechseln. Kurva. Das ist ein Kugwort. Stichwort erkannt. Zorn der Götter. Sprachbefehl erkannt. Zufallige Freisetzung der Sedative agiert. Wie bitte? Was für ein Sprachbefehl wurde erkannt? Zorn der Götter. Warnung, Konzentration der Sedative hoch. Risiko einer tödlichen Dosis Niedrigmittel sofortige Freisetzung der Sedative deaktiviert. Risiko einer tödlichen Dosis Mittel zu niedrig. unautorisiertes Individuum an der Hauptversorgung erfasst. Warnung, physischer Schaden erfasst. Der Zorn der Götter ist die Freisetzung von Sedativa. Kommunikationssystem wird defekt. Medizinische Einrichtung defekt. Konzentration der Sedativa hoch. System wird neu gestartet. Eingeschränkte Funktionstötigkeit. Unautorisiertes Individuum in der Sicherheitszone erfasst. System-Neustart wird durchgeführt. Abgeschlossen. Identifizierung des Individuums. Dominika Dominika? Abriegelung erfolgreich. Dominika wurde in der Sicherheitszone isoliert. Das ist es für mich. Geh, was du willst. Ich verhüge, zu sein deiner gewaltigen Fantasie mehr. mehrere Todesopfer im oberen Stockwerk erfasst. Pferdstillstand. Ursache der Defekt. Man kann das doch gar nicht so schnell lesen. Tatverdächtige ist Dominika. Isolierung oder Exekution? Nee, Isolierung. Raumkarte Anzeigen Anzeigen. Die Unfaithful are no more. They brought the wrath of the gods upon themselves. Do you understand? They are to blame. But we are still together. Everyone who matters is alright. What happened to her? Scheiße. Das ist geil. Irgendwas passiert in der Vergangenheit und wir können irgendwas ausüben. Das ist schon interessant. Und jetzt? Wo ist denn jetzt? Was ist mit Eva? Will nicht mehr mit uns reden. Der Alarm ist jetzt aus. Hier drinnen ist immer noch nichts für uns. Boah. Soll ich jetzt einfach versuchen, hier den Raum zu verlassen? Lagerbereich Maschinenraum. Was hat sich jetzt da geöffnet? Wir sind ja mit dem Aufzug runter, haben diesen Quatsch da nicht lesen können. Was ich einfach nur komisch finde, aber es ist genauso random wie die Schublade, die wir geöffnet haben und die nichts gemacht hat. Ich kann anscheinend kann ich jetzt wieder den Aufzug einfach nach oben nehmen oder was? Was war das für ein Entriegelungs anscheinend? Was? Ich kann jetzt so auswählen? Einfach so? Ich nehme das untere von oben sind wir hergekommen. Jetzt gehen wir noch einen Stock weg tiefer. Was ist denn das hier? Ich weiß nicht, so als würde man da irgendwas erschaffen. Solche Kammern. Hier können wir mit Schalter Hilfsgenerator wird jetzt aktiviert. Ja, aber der läuft, der läuft. Also wir haben jetzt hier Strom. Hm. Anscheinend können wir jetzt hier weitergehen. Es gibt nur diesen Weg. unteres Foyer. Eine Ebene tiefer. Das wäre dann dann müssen wir eigentlich gleich auf Ebene fünf jetzt sein, oder nicht? Guck mal, das sieht ja irgendwie auch so ein bisschen wo gehe ich als erstes hin? Keine Ahnung. Man suche sich eine Richtung aus. Hier gibt es auf jeden Fall einen Schalter, den man drücken kann. Das ist das KI-Labor. Das hast du doch erwähnt, Motionmaker, gell? Und der hat hier gespeichert. Für mich bedeutet das eigentlich, dass ich jetzt erstmal die anderen Räume abchecke. ob ich da was tun kann. Alchemie-Labor. Bevor wir beim KI-Labor, das KI-Labor, denke ich mal, könnte irgendwie hier speichert der ja auch ab. Egal, geben wir erstmal KI, das ist, vielleicht kommt da irgendwas mit, keine Ahnung. Das ist oft so in diesen Spielen gemacht, dass man irgendwie, wenn man einmal zu dem geht, wo es richtig weitergeht, kann man sich das andere nicht mehr angucken. Also von der Grafik her gefällt dir das Spiel, ich finde es auch cool gemacht. Forschungslogbuch von Lucian, Lucian Kolenda ist von unserem Vater. Dr. Rudolf Schröder hat in seinen Aufzeichnungen festgehalten, dass der Hippocampus der organischen Objekte am meisten unter Stress litt, wenn das System übermäßig genutzt wurde. Was er jedoch hier nicht bemerkte war, dass es zahlreiche Möglichkeiten gegeben hätte, diesem Stress durch non-invasive Methoden entgegenzuwirken. Vorkehrungen wie das Einschränken der Operationen, an denen das organische Objekt gleichzeitig arbeiten kann, oder ein Schichtarbeitssystem für die meisten täglichen Aufgaben einzuführen, kann den Stress, dem das organische Objekt ausgesetzt ist, erheblich reduzieren. Organisches Objekt? Wir haben die Lebenserwartung der widerstandsfähigsten organischen Objekte bereits um das zehnfache verlängert. Das ist noch beeindruckender, wenn man bedenkt, dass wir nur mit einem Wirt arbeiten. Leider ist es unbestreitbar, dass es zum wesentlichen Verfall des Gedächtnisses des organischen Objekts kommt. Auch Wahnvorstellungen treten immer häufiger auf. Aus diesem Grund allein habe ich mich dazu entschlossen, ein physisches Verfahren einzuleiten. Es geht selbstverständlich ein gewisses Risiko damit einher, dem organischen Objekt eine modifizierte Version der aufpuschenden Mischung zu indizieren, die die Nazis genutzt haben, um sogenannte Übersoldaten zu entwickeln. Noch nie wurde ein Experiment dieser Art durchgeführt, aber besondere Zeiten verlangen besondere Maßnahmen. Redet er da von seiner Tochter? Ein Wirt? Aber ein Wirt ist ja eigentlich eher wäre ja nicht unbedingt das Kind, sondern die Mutter. Eva ist das Prototyp der Borg. Ich weiß, wir haben nicht ein I2I für ein langes Zeit, aber ich wollte unsere Unterschiede und kommen hier und meine Wünsche. Danke. Aber ich muss zurückgehen. Das ist das andere was ich wollte mit Ihnen sprechen. Die Leute in der Prozesse sind worried. Keiner hat dich seit der Funeral. Ich bin busy. Wie gesagt, ich muss zurückgehen. Ich understand that's how you operate, but this obsession is not healthy. Wait. The plant isn't overloading the system, is it? No. Everything is working fine. People are calling it a miracle. Good. Good. I can't imagine what it's like to lose a child. Dominika, I don't have time for it. Time for what? Grieving the death of your daughter? You don't understand I can still do something. She's gone, Lucian. You can't bring her back. There's not going to be a second miracle. So, he fake her death? Keine Ahnung. Wurde sie wirklich gestorben? Tot vorgetäuscht, eh. Also, das hier ist das Alchemie Labor. Alchemie Labor. Was gibt's denn hier noch? Also, wieder ein Forschungs-Logbuch von Lucian Kolenda. Es ist unbestreitbar, dass die von den Nazis genutzten Aufbruchsmittel positive Auswirkungen auf den Wirt haben, wenn, und ich kann nicht aufhören, die Wichtigkeit dessen zu betonen, sie richtig eingesetzt werden. Jegliche Änderung an der Formel, egal wie gerinnfügig, könnte tödlich enden. Die Nebenwirkungen jedoch habe ich als äußerst nützlich empfunden, vor allem im Anbetracht der aktuellen Lage der Kolonisten. Es könnte im Moment kommen, an dem wir uns verteidigen müssen. Diese Droge ist in ihrem gasförmigen Zustand nur äußerst schwer unter Kontrolle zu bringen. Aus diesem Grund empfand ich es als notwendig, ein Gegenmittel zu entwickeln, mit dem ich die Gläubigen impfen kann. Es gibt keinen Grund, das Wohlbefinden derer zu riskieren, die sich dazu entschieden haben, mir zu vertrauen. Ich muss nur dafür sorgen, dass sie alle diesen Impfstoff einnehmen, doch das sollte kein Problem sein. Sie täten alles, solange sie denken, dass es ihren Glauben an die Götter stärkt. Ein ritueller Wein mit medizinischer Wirkung im Abgang sollte ausreichen. Der erforschte Aufprutschmittel. Also hier waren wir jetzt im Alchemielabor. Das habe ich mir ja schon angeguckt. Dann gehen wir mal zum Verbleibenden in die Richtung und dann gehen wir wieder zurück zu einem KI. Ich denke mal, dass wir uns das hier auch noch angucken können. Ja, aber was ist denn hier? Hier muss man gar nichts öffnen oder was? Überlastung funktioniert gar nicht. Eugeniklabor. Ach, was ist das hier? Ach nee, hier komme ich gar nicht rein. Okay, vielleicht kommen wir da erst rein, wenn wir im KI waren. Hä, hier geht es ja auch noch runter. Ah, dann gehe ich aber jetzt mal im KI-Labor, bevor ich da runtergehe. vielleicht gehört dieses nach unten gehen irgendwie, dass wir dann so einen anderen Weg finden ins Eugeniklabor. Künstliche Intelligenz. Gibt es denn leider nach oben? Gucken, ob wir irgendwas auf dieser Ebene sehen. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Eva. Happy Birthday to you. I've got a present for you. This? Is your little brother? You'll never be alone again. We just have to give him some time before he's big enough to join you. What do you mean you don't want him to? Who are you talking to? I'm just talking to a sweet little boy. I can't get enough of him. She wanted me to join her. At where? Tja. Wollte er seinen Sohn auch unsterblich machen mit KI? Aber Eva wollte es nicht? Okay, Dr. Rudolf Schröder an Professor Wolfgang Winkler, medizinischer Leiter des Programms Quelle der Intelligenz. 13. Mai 1954. Sehr geehrter Herr Professor, vorläufige Untersuchungen haben ergeben, dass der übermäßig schnelle Verschleiß der organischen Objekte durch die konstante Stimulation mit elektrischen Impulsen in Verbindung mit der enormen Menge an denen zu verarbeitenden Informationen ausgelöst wird. Übermäßiger Stress fördert die hypothalamisch- hypophylsäure adrenale Axis-Aktivität, die wiederum zur Ausschüttung von Stoffen wie Cortisol beiträgt und somit den Hippocampus beschädigt. Zurzeit liegen uns keine weiteren belastbaren Daten vor. Unsere Hypothese für diese Ergebnisse lautet, die außerordentlichen Verhältnisse unter denen die organischen Objekte herangezogen werden, erhöhen die Rechenleistung des Systems, an das sie angeschlossen sind. Doch die Nutzung ausstittlich positiver Verstärkungen während der Aufzucht führt dazu, dass große Mengen an Dopamin freigegeben werden, wodurch die Objekte wiederum schnell Anzeichen von Abhängigkeiten aufweisen. Dies führt unter anderem zu einem Mangel an Stressresistenz sowie einer unterdurchschnittlichen Entwicklung von Bewältigungsmechanismen. Wir sollten die Auswirkungen von stressfreieren Aufzugsmethoden untersuchen. Dr. Rudolf Schröder Haben die Leute benutzt, um irgendwie einen Computer anzutreiben oder was meinen die damit? Egal, wir müssen mal hier hoch, ja. Ne. Hier gibt's eine Schublade. Ja, das ist geil. kann man sich auch sparen, hier irgendwelche Schubladen einzubauen, die man am Ende dann öffnet. Oh Gott, hier ist ein Gehirn. Ist das Eva oder was? Das kommt eigentlich schon komisch vor, gell? Ja. Forschungsblockbuch von Lucian Kolenda Die neurobiologische Forschungsgruppe der Nazis wollte Informationen über die hippokampalen Nervenzellen übertragen, die für Erinnerungsvermögen und räumliche Wahrnehmung verantwortlich sind. Bisher waren drei Methoden bekannt, um dies zu erreichen. Die Nazis haben jedoch eine vierte entdeckt. Sie nutzten die Sprünge elektrischer Impulse. Sie haben mit menschlichen hippokampalen Querstätten gearbeitet und herausgefunden, dass durch leichte Vibrationen magnetische Pole erzeugt werden können, die wiederum Nachbarzellen aktivieren. Aufgrund dessen kommunizieren Nervenzellen ohne elektrochemische synaptische Übertragung, selbst wenn sie chirurgisch voneinander getrennt sind. Aus diesem Grund können die Nervensignale innerhalb des Gehirns ohne tatsächlichen physischen Kontakt übertragen werden. Auf dieser Grundlage konnten sie eine Kommunikation zwischen zwei organischen Objekten herstellen. Die zwei widerstandsfähigsten Wirte waren von März 1945 bis August 1947 miteinander verbunden. Sie hielten länger durch und waren effizienter als jedes andere Paar organischer Objekte. Die Nazis haben jedoch nie vollends herausgefunden, warum diese beiden Wirte so viel effizienter waren. Die Namen der Wirte waren Alex Zikorski und Michael Zikorski. Geschwister. Wirte Okay naja ich will jetzt einfach nochmal wieder mit Eva reden hier. Eigentlich haben wir doch fast alles aufgedeckt. Also die Treppe hat uns jetzt komplett in den oberen Bereich geführt. Dann sind wir hier auch fertig und wir müssen jetzt eine Ebene tiefer weil das Eugenik Labor war uns ja verschlossen. Ich denke mal wir können da rein. Eva ist ja leider ganz still geworden. Ja von hier aus ist offen ist aufgegangen Gott Oh Akzeptanz ist die letzte Stufe der Trauer sind im letzten Kapitel angekommen Akzeptanz ist akzeptieren sind wir jetzt hier am Ende angekommen die letzte Ebene Wow das sieht hier auch ziemlich cool aus Am Ende braucht Eva ihre Schwester dich um die KI perfekt zu machen Geschwister Oh Gott äh was ist denn das hier für eine unterirdische Kammer Luzian ist wieder von unserem Vater die Zeit ist reif das Schicksal hat uns an diesen Ort geführt und das Schicksal führt uns jetzt auch fort gleich morgen brechen wir auf in der Hoffnung ein neues Zuhause zu finden wir haben diesen Ort für das Paradies gehalten doch jetzt wissen wir dass es niemals unser Paradies werden sollte es könnte jedoch deines werden ich weiß dass du herkommen wirst wenn nicht nächstes Jahr dann doch in fünf wenn nicht in fünf dann in zehn Jahren aber du wirst herkommen du kannst dem nicht entgehen es mag grausam klingen aber die Götter haben einen Plan für jeden von uns du kannst versuchen deinem Schicksal zu entfliehen aber am Ende wird es dich doch einholen du wirst herkommen und du wirst die Möglichkeit haben alles wieder in Ordnung zu bringen du weißt was du zu tun hast Simon ein Brief von unserem Vater an uns an Simon an seinen Sohn wir müssen akzeptieren also wenn ich mir angucke dass wir irgendwie sowieso komplett alleine sind was sollen wir denn eigentlich alleine wir haben unsere Mutter verloren und jeder andere ist irgendwie auch tot auf der Welt oder was mittlerweile kommt es mir so vor du meinst ist irgendwie schon ein schönes Spiel und du musst es aber du brauchst es jetzt nicht mehr spielen passt doch Motion Maker ich weiß nicht ob man wenn man jetzt komplett andere Entscheidungen nimmt aber das ziehe ich mir auf so auch nur auf YouTube ein da wird es dann vielleicht in ein paar Wochen jemanden geben der alle möglichen Enden erspielt hat und die dann zusammenschneidet weil sich ein neues Ende zu erspielen finde ich bei vielen von diesen Spielen ist nicht mein Fall manche manche Leute machen das halt aber ich mache das eigentlich nie weil ich der Großteil davon ist eigentlich so wie man es kennt gell Du willst anfangen, Online-Escape-Looms zu spielen? Ich weiß gar nicht, was für ein Spiel das ist. Warum macht er nicht weiter, ey? Ich muss Simon immer dazu bringen, immer weiter zu rudern, so als will er eigentlich nicht. Wir sind jetzt in der letzten Kapitel angekommen, in der letzten Stufe Akzeptanz. Was akzeptieren wir denn hier eigentlich? Die letzte Geschichte auf der Erde? Weil wir der Letzte sind auf der Erde und wir akzeptieren unser Ende. Aber wir leben weiter mit unserer Schwester? Ich meine... Jetzt ergibt das mit der letzten Geschichte der Erde irgendwie so ein bisschen Sinn, oder? Wer kann die letzte Geschichte erzählen, außer dem Letzten, der am Leben ist? Oh Gott, der Brief von unserem Vater an uns. Er wusste, dass wir irgendwann mal hierher kommen, oder wie? Ich glaube, das ist nicht so, dass du mich erwähnt hast. Alles kam mir zurück zu mir, als wir gefunden haben, diese Grabe. Wie eine Flüge. Ich glaube, dass ich die Wahrheit von mir immer für all das Zeit gehalten habe. Es ist unglaublich, was die Menschheit ist, was die Menschheit ist, was sie zu tun. Eva, du bist alive. Ich bin. Das... Das ist gut. At diesem Punkt, ich wirklich nicht weiß, Simon. Was ich weiß, ist, dass ich wirklich Angst habe, wenn ich gesagt habe, dass du zu verlassen hast. Jetzt bin ich glücklich, dass du nicht hörst. Es gibt so viele Dinge, ich möchte... Ich bin tired, Simon. Ich weiß nicht, wie viel mehr davon ich kann. Ich denke, ich würde gerne gehen. Was bedeutet das? Ich will, dass du mich auslösen kannst. Ever. Warum? Simon, ich verstehe nicht mehr, was ich mehr bin. Du bist meine Schwester? Warum sollen wir sagen, ich weiß auch nicht, wer ich bin? Ich meine, wir sind... Wir haben doch Erinnerungen an unsere Mutter. Wir sind doch ein Junge. Und sie ist unsere Schwester. Also, Escape Rooms sind so Geschichten, wo man Rätsel lösen muss. Also, sowas gibt es ja auch in echt, gell? Und Geheimnisse aufdecken, damit man weiterkommt. Aber ich kann das mal googeln. Online Escape Rooms kenne ich nicht. Ich kenne das nur in echt. Und logisches Denken ist genau dein Ding, nicht? Naja, je nachdem, gell? Manchmal... Also, sie ist unsere Schwester. Du bist meine Schwester. Ich wollte immer einen Schwester haben. Ich bin glücklich, dass ich dich Bruder kenne. Danke, dass du das sagst. Du weißt, ich habe versucht, ihn zu vergeben, um mich hier zu verlassen. Aber ich kann es nicht. Du denkst, das macht mich eine schlechte Person? Nö. Ich bin nicht sicher, was zu sagen. Luzian hat deinen Tod vorgetäuscht, um dich zu retten? Luzian wollte mich opfern? Ja, Luzian wollte doch mit seinem Sohn das Gleiche machen, gell? Aber... Simons Mutter hat ihn dann fortgebracht. Aber was bedeutet eigentlich, hat den Tod vorgetäuscht? Und das hat ja Simon irgendwie vorhin schon erwähnt. Und ich nehme das jetzt einfach mal. Luzian lied about your death to save you. And you think it was justified? I think you loved you as a father more than anything else. Jetzt können wir das andere auswählen. Luzian wanted to sacrifice my life to save you. That's how much he loved you. I'm glad he didn't. I'd rather have a brother in the end. Shumon, that's really a lot to take in. I don't know what to do with it. How do you imagine my life here will look, huh? You think I'll be able to go outside, see the sunshine? What happens if there's a power outage and I'm all alone? Or if someone comes and tries to take this place and use it? You think I'll be strong enough to defend myself? You're stronger than you think. Eva, tell me, what will happen to you if I agree? Well, that depends on what you believe happens when someone dies. What do you think? Du siehst die Menschen wieder, die lange vor dir gestorben sind. Gar nichts, nur leere, ich weiß es nicht. Och, das ist natürlich eine religiöse Sache, gell? So wirklich sicher kann sich am Ende ja niemand sein. Ich finde gar nichts, nur leere, finde ich auch blöd. Du siehst die Menschen wieder, die lange vor dir gestorben sind. Das ist ein schöner Gedanke. Es nicht wissen, wäre, glaube ich, Simons Wahrheit. Ich nehme mal seine Wahrheit. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass er das so sieht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Es ist schrecklich, nicht wahr? Es macht dich fühlen, klein und sinnvoll. Das ist wahrscheinlich das wir am Ende des Tages. Ich denke, du bist bereit. Bereit für was? Für die Entscheidung. Ich möchte dich wissen, dass ich deine Entscheidung accepte, no matter was es ist. Ach, nö, ey, nicht so ein Shit, ey. Nicht kurz vorm Ende so. Ey, das mag ich überhaupt nicht im Spiel. Okay, Leute, ich mache jetzt mal hier so ein... Ich werde mal eine kleine Sache mal abchecken, weil das ist nämlich so typisch, dass solche Spiele gerne, ähm... Also, ich gucke mal. Okay, hier. Wie heißt dieses Spiel? Mal gucken, ob ich das hier drin habe. So was habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Das Spiel heißt ja Paradise. Wo ich jetzt beide... Naja, ich habe den Ordner gefunden. Das ist ja so ein Trick, wo ich schon manchen Leuten so geholfen habe, wie sie da an den Start gehen können. Ich habe jetzt hier das Save-Game. Weil die haben nämlich nur verschiedene Speicherstände, gell? Das ist natürlich super, gell? Mhm. So, das wird jetzt kopiert. Das wird jetzt eingefügt als Kopie. Ja, und jetzt gehe ich wieder zurück. Und aktiviere das wieder. Das mögen die ja, gell? Das mögen die ja. Ich werde dich vom System trennen. Ich werde dich nicht vom System trennen. Ich nehme jetzt erst mal... Ich nehme... Ich werde dich nicht vom System trennen. Ich werde dich nicht vom System trennen. Ich glaube, es ist zu viel, um dich zu fragen. Aber ich möchte dich wissen, dass ich deine Entscheidung respektiere. Es ist ein Relief, um zu wissen, dass mein Geist ist setzelt. Aber das bleibt uns mit dir. Was sollst du tun? Ich denke... Ich werde hierbleiben bei ihr. Ja. Ich will hierbleiben. Was denkst du? Ich weiß, was sie sagen. Du's Company, Theresa Crow. Ich bin glücklich, dass ich hier nicht hier all bei mir selbst sein werde. Wir müssen versuchen, etwas Gutes hier zusammen zu tun. Also... Was ist deine letzte Entscheidung, Shimon? Ich bleibe bei ihr. Ich bleibe hier. Gut. Ich habe nie lieb, zu sagen, good bye. Ich meine, wenn wir sie nicht abschalten, dann bleiben wir wenigstens hier. Wo sollen wir eigentlich hingehen? Das ist immer so geil. Da macht man am Ende bei so einem Spiel macht man da so Entscheidungen mit so vollkommen verschiedenen Enden. Kann man nicht einfach so ein schönes Ende haben? Das wahre Ende? Oder was ist das jetzt? Wir leisten jetzt unserer Schwester hier Gesellschaft. Was machen wir nun? Was machen wir nun? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, Mann, ey. Hm, Motion Maker? Ich bin ein Trickser, hm? Jetzt bin ich direkt da, ohne rumzugurken, ey. Man kennt das, Motion Maker. Motion Maker kennt das auch, hm? Ich hab das sogar bei der Playstation gemacht, ey. Da konnten die mich auch gerne haben, ey. Bei der Playstation 4 hab ich das auch gemacht. Jetzt nehmen wir einmal das komplett andere Ende. Wir schalten sie ab und sie gehen. Ich denke mal, das sind die zwei großen Hauptenden. Ich habe die Wahrheit von mir für all das Zeitgeist. Es ist unglaublich, was die Menschheit ist, was die Menschheit ist, was es. Eva, du bist alive. Ich bin. Das ist gut. At diesem Punkt, ich nicht wirklich wissen, Schumann. Was ich wissen, ist, dass ich wirklich Angst, wenn ich gesagt habe, du zu gehen. Jetzt bin ich glücklich, dass du nicht hörst. Tja, ich weiß auch nicht, wer ich bin. Können wir mal auswählen diesmal. Eva, ich weiß nicht, was du bist, aber ich habe keine Ahnung, was ich auch bin. Zwei Seine, eine Säule in einem See of Madness. Es ist gut, zu wissen, dass ich nicht der einzige, der so fühlt. Du weißt, ich habe versucht, ihn zu vergeben, um mich hier zu lassen, aber ich kann nicht. Du denkst, dass das mich eine schlechte Person macht? Person, erzähl mir, was Kind of father condemns his own daughter to Oblivion? Ich bin nicht sicher, was zu sagen. Das ist egal, was ich sagen. Ja, Luthien wollte, dass ich meine Leben verabschiede, um dich zu retten. Das ist, wie er dich lief hat. Ich bin froh, dass er nicht. Ich würde lieber einen Schäuern haben, in der Ende. Luthien lief über deine Gehe zu retten, um dich zu retten. Und du denkst, dass es das verabschiedet wurde? Ich glaube, er lief you als Vater, mehr als alles andere. Schumann, das ist wirklich viel zu tun. Ich weiß nicht, was mit dem tun. Wie du denkst, mein Leben hier hier wird, huh? Du denkst, ich werde able, zu gehen, sehen die Sonne? Was passiert, wenn es ein Power Outage ist und ich alleine? Oder wenn jemand kommt und versucht, diese Ort zu nutzen und benutzt es? Du denkst, ich werde stark genug, um mich zu retten. Ich denke mal, wir sehen die Menschen wieder diesmal. So, wir werden sie vom System diesmal trennen. Wie sie es auch möchte. Wir werden diesen Ort verlassen. Denn hier ist ja auch niemand mehr. Wir gehen. Ich will gehen. Ich will gehen. Take care out there. Ich hoffe, du findest, was du recherchst. Goodbye, brother. Deaktiviere ein organisches Objekt. 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 Wir machen, wenn wir uns mit einem Namen verletzieren. Und wir gehen. Die Ausgaben sind religiöshful. Verrückung sind unterschiedlich. Wir müssen schon zu werden. Deaktiviere einladen sein. Die Ausgaben sind nicht zu werden. dazu liegt das hart. Musik Musik Oh Mann Ich bin gleich wieder da Abspann mal auf Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, sehe ich genauso. Also, ich denke mal, Motion Maker, das lässt sich nicht verhindern, dass die letzte Geschichte der Erde irgendwie traurig ist. Bei einem anderen hat man ja, ich weiß nicht, gab es vielleicht einen Zeitsprung oder auch nicht. Da hat man ja noch gesehen, wie der Winter weicht. Aber jetzt ist natürlich die schöne Musik wieder weg. Aber ich gucke mal trotzdem, was hier vielleicht noch am Ende kommt bei dem Abspannen. Ne, das war es hier anscheinend. Paradise Lost von All-In-Games. Aber die haben einem die Möglichkeit gegeben, das Level neu zu starten. Ja, gut, ich habe es mir halt ein bisschen einfacher gemacht und bin wieder direkt kurz dahin gegangen, wo man die Entscheidung treffen kann. Aber das war es hier dann auch anscheinend schon. Wenn ich jetzt mitwirkende mag, kommt, glaube ich, das Gleiche nochmal. Ansonsten kann man ein neues Spiel starten. Ich persönlich spiele solche Spiele aber eigentlich nur einmal. Ja, das ist für mich dann immer noch das Coolste. Okay, Leute, das war es dann hier von Paradise Lost. Vielen Dank fürs Reinschauen und auch die ganzen Daumen hoch und so weiter. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich finde solche Spiele schon ziemlich schön, muss ich sagen. Bei das hier hat er auf jeden Fall auch eine coole Geschichte gehabt. Und die fiel eigentlich ganz gut, ja. Die fiel eigentlich ganz gut, gell. Ich bin ein Hacker, ich habe das sogar auf der Playstation 4 gemacht. Das haben viele Leute nicht gewusst, wie man das auf der Playstation 4 machen konnte. Und da haben mich manche Leute sogar gefragt, ey, wie machst du das? Du hast einmal gespielt und hast alle Enten. Tja, gell. So geht das, so geht das, ja. Also, dann haut mal rein. Bis dann.